. Billig, schnell, Frauen ohne grosse Ansprüche, Sextourismus in Asien. Auch auf den Philippinen prostituieren sich junge Frauen, um überleben zu können. Viele werden schwanger, da sie sich Verhütungsmittel nicht leisten können. Die Frauen bleiben allein zurück mit ihrem Nachwuchs und ihre Kinder werden gehänselt, weil ihre Haut zu weiss ist. Doch immer mehr Mütter versuchen, die Väter ihrer Kinder zu finden, um sie zur Kasse zu bitten. Manchmal führt ihre Suche sie bis in die Schweiz. Die Geschichte von Mary Ann und ihrer Tochter Grace. Die Geschichte von Mary Ann und ihrer Tochter Grace. Deine Wolken haben Gesichter? Sie haben Gesichter, weil sie lebendig sind. Wären sie nicht lebendig, könnten sie sich nicht bewegen. Warum zieht eine so ein Gesicht? Sie ist traurig. Die anderen wollen nicht mit ihr spielen. Das macht sie wütend. Ist dein Vater auch drauf? Er ist da. Was tut er? Nichts. Er liegt nur da. Und das bist du? Ja. Und wenn er dich nicht sehen will? Er tut, was er will. Vielleicht macht er uns die Tür gar nicht auf. Wenn doch, dann können wir endlich mit ihm reden. Ich habe nur vor etwas Angst, dass er noch mal gemein ist zu Mama. Er ist weggegangen. Er hat uns allein gelassen. Grace ist acht Jahre alt und Philippiner. Sie ist 10'000 km geflogen, um in der Schweiz ihren Vater zu suchen, den sie nicht kennt. Einige Wochen vorher, auf den Philippinen. Die Hände nach vorn. In ihrer Schule in Olongapo ist Grace eine Aussenseiterin. Und das nur, weil ihre Haut zu weiss ist. Wenn wir die Nationalhymne singen, müsst ihr rein und zusammensingen. Kinder wie Grace nennt man hier Milchfische. Jeder weiss, dass sie Kinder des Sextourismus sind. Das belastet Grace sehr. Magst du deine Schulkameraden? Nein. Warum magst du sie nicht? Manchmal schlagen sie mich. Sie sagen, ich sei Amerikanerin, deswegen hänseln sie mich. Meine Haut ist zu hell. Was sagen sie? Meine Mutter sei eine Nutte. Tut es dir weh, wenn sie das sagen? Geht rein, Kinder. Beeilt euch. Geht rein, Kinder. Hier leben Grace und ihre Mutter Mary Ann, zusammen mit einem Dutzend anderer Familien. Privatsphäre gibt es nicht. Jede Familie verfügt nur über ein Zimmer. Ihr Zuhause ist das Zimmer ganz hinten. Sie teilen es mit Cheryl und deren Tochter Sherilyn. Acht Quadratmeter für vier Personen. In diesem kleinen Raum wird der Alltag zur Herausforderung. Wir legen den Karton hier hin, holen den Teppich von draussen und die beiden Mädchen setzen sich drauf. Komm her! So machen sie ihre Hausaufgaben. Und wie schlaft ihr? Zu viert in diesem Bett. In diese Richtung? Mit den Füssen draussen. Genau, die Füsse schauen raus. Sie schläft neben mir, das andere Mädchen neben Cheryl. Ihre Kinder ziehen sie gemeinsam gross. Die beiden Ex-Prostituierten sind ein Paar. Sie haben genug von Männern. Aber Mary Ann kann den Vater ihrer Tochter, den damals 40 Jahre alten Schweizer, nicht vergessen. Ich lernte ihn kennen, als ich 18 oder 19 war. Ich arbeitete als Kellnerin in einer Bar. Am Anfang hatten wir keine ernsthafte Beziehung. Ich wusste nicht, ob ich ihm vertrauen konnte. Aber 2002 kam er zurück und wir waren wieder zusammen. Da stellte er mir eine wichtige Frage. Er fragte mich, magst du mich? Ich sagte ihm, ich müsse nachdenken. 2004 brachte er mir Schokolade und Blumen mit. Dann flog er wieder in die Schweiz zurück. Dann bekam ich meine Regeln nicht mehr. Ich war schwanger von ihm. Ich machte mir Sorgen, denn er war nicht hier. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich erwartete ein Kind von ihm. Er wusste es, aber ich hatte keine Ahnung, ob er zurückkommen würde und ob er mich wiedersehen wollte. Ich habe viel geweint. Ich war traurig. Dann kamen die Babys zur Welt. Es waren Zwillinge. Ich war traurig. Der Junge starb. Nur das Mädchen hat überlebt. Er hat uns verlassen. Er hat mich und seine Tochter vergessen. Deshalb arbeitete ich in der Bar. Wegen meiner Tochter. Ich brauchte Geld. Er hat mich nie unterstützt. Das akzeptiere ich. Er kam nie mehr zurück. Ich weiss nicht, warum. Ich versuchte es zu verstehen. Ich fragte andere, ob sie es mir erklären könnten. Ich fragte sie, warum kommt er nicht zurück? Ich wusste nicht, wie ich zu Geld kommen sollte. Ich musste allein zurechtkommen und schwer arbeiten für mein Kind. Ich versuchte, Kontakt mit ihm aufzunehmen und bat, ihn zurückzukommen, aber er wollte nicht. Ich weiss nicht, warum. Von ihrem Vater hat Grace nur ein Foto. Zeig es. Das ist mein Papa. Ich liebe dich, Papa. Ein Vater, der Sextourist ist und eine Mutter, die in der Bar arbeitet. Kinder wie Grace gibt es auf den Philippinen Zehntausende. Mary Ann will nicht mehr als Prostituierte arbeiten. Sie wäscht die Kleider der Nachbarn und hofft, so genug Geld verdienen zu können. Sie will ihre Tochter vor dem gleichen Schicksal bewahren. Ich sage den Mädchen immer, ihr werdet nie in einer Bar arbeiten. Aber ich habe Angst. Ich muss sie schützen. Ich lasse nicht zu, dass ihnen, wie mir, ein Mann das Herz bricht. Du lernst jemanden kennen, ist nett zu dir und dann geht er einfach. Sie gehen alle. Deshalb will ich, dass die Mädchen zur Schule gehen. Das Beste, was ich ihnen geben kann, ist eine Ausbildung. Aber die Schule ist teuer. Mary Ann verdient nicht genug Geld, um Grace eine bessere Zukunft zu ermöglichen. und sie werden schlagen. Anderen Tags besuchen zwei Sozialarbeiterinnen Mary Ann. Sie hat sie um Hilfe gebeten. Sie will, dass der Vater von Grace endlich Alimente zahlt. Guten Tag, Marianne. Ich habe Leuda von der Organisation Renew mitgebracht. Sie ist eine Freundin. Ich brauche ein paar Auskünfte, um deine Situation zu verstehen. Ich möchte wissen, was du brauchst und was du tun willst. In deinem Fall lebt der Vater deines Kindes in der Schweiz. Was möchtest du tun? Was hast du vor? Ich bin wütend. Ich muss mit ihm reden. Ich werde ihn begrüssen und dann hängt alles von ihm ab. Wenn ich ihn in der Schweiz sehen kann, werden wir vielleicht nur über das Kind reden. Wie wird es für dich sein, wenn du ihn siehst? Werden deine Gefühle für ihn zurückkommen? Ich glaube nicht. Wegen ihm bin ich so geworden. Wie? Warst du vorher anders? Sexy? Ja, er war mein erster Freund. Warst du damals sexy? Ja, ich habe ein Foto von damals. Ich zeige es dir. Moment. I'll show it. Wait long, ha. When she was a sexy girl? Ja, ich war attraktiv. Tada! It's me. So sah ich aus, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war 19. Ich habe sogar als Model gearbeitet. Der Vater von Grace hat Freunde hier. Ich besuchte sie ab und zu mit dem Baby, um nach ihm zu fragen. Eines Tages erzählten sie mir, ich habe geheiratet. Ich war verletzt, als ich das hörte. Es tat sehr weh. Hast du Dokumente oder Informationen über deinen Vater? Ich habe nur seine Adresse. Zeig sie mir. Die Telefonnummer steht auch drauf. Gut, behalte den Zettel. Das ist das Einzige, was ich von ihm habe. Ich hebe den Zettel für Grace auf. Es ist wichtig. Wenn sie einmal heiratet und ihn besuchen will, kann ich ihn ihr geben. Ob eine acht Jahre alte Adresse und Telefonnummer ausreichen werden, um den Vater zu finden? Die Sozialarbeiterin bringt die Informationen zum Leiter der Nichtregierungsorganisation Renew. Paulo Fuller setzt alles daran, Väter wie den von Grace zu finden. Wurde das Foto in Olongapo gemacht? Ja, in der Barretto-Grundschule. Oh, in der Schule? Ja. Okay. Wir haben also Adresse, Name, Telefonnummer und Nationalität. Es ist alles da. Das ist einfach. Die Handynummer ist die gleiche, die uns Barry Ann gegeben hat. Der Name stimmt. Also muss das die Adresse sein. Hier ist es. Zoomen wir näher ran. Das muss die Strasse sein. Höchstwahrscheinlich lebt er da. Die Strasse ist ein bis zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Es ist ein Skigebiet. Man sieht die Skihänge. Im Internet ist der Mann ein Unbekannter. Es ist nicht viel über ihn zu finden. Nichts. Ich wäre nicht überrascht, wenn er wüsste, dass er, wie soll ich sagen, am anderen Ende der Welt etwas zu regeln hat. Die einen Ausländer leben hier, die anderen nicht. Sind sie hier in den Philippinen, ist es einfach. Wir bringen sie vor Gericht wegen Kindsvernachlässigung. Das Gesetz ist eindeutig. Väter müssen zahlen, egal ob die Mutter ihre Frau oder Geliebte ist. Das spielt vor Gericht keine Rolle. Es gibt zudem eine neue internationale Konvention namens RIMO. Gegen 90 Länder haben sie unterzeichnet, auch die Philippinen und die Schweiz. Die Konvention ermöglicht, Väter in diesen Ländern wegen Kindsvernachlässigung zu belangen. Für Mary Ann ist es das Beste, den Vater zu finden und ihn mit seiner Verantwortung zu konfrontieren. Sie haben eine große Herausforderung. Paolo Fuller wird Mary Ann bei der Suche nach dem Vater von Grace unterstützen. Sein Engagement hat Gründe. Auch er ist ein Kind der Prostitution. Sein Vater war ein Kunde seiner Mutter. Diese setzte ihn aus. Mit fünf Jahren adoptierte ihn ein englisches Paar. Paolo Fuller ist Soziologe. Er unterrichtet an der Universität von Oxford und an einer Sozialarbeiterschule in Angeles City. Hallo, ich heisse Paolo. Ich war gerade in der Nähe. Und mich begrüsst du nicht? Entschuldige. Ich bin Raisa. Ich bin Paolo. Seit zehn Jahren versucht Paolo Fuller, die Beziehungen zwischen Prostituierten und ihren Kunden zu verstehen. Die Männer, die nur Sex wollen, gehen nach Thailand. Dieses Land ist perfekt für One-Night-Stands. Sex-Touristen, die auf die Philippinen kommen, wollen erleben, wie es ist, eine Freundin zu haben. D.h., sie buchen eine Frau für längere Zeit. Manch einer will den ganzen Urlaub mit ihr verbringen und bezahlt sie für ein bis drei Wochen, damit sie mit ihm Ferien macht, anstatt in der Bar zu arbeiten. Dadurch kommen sich die beiden näher. Viele Frauen hoffen, dass die Beziehung zum Sex-Touristen mehr wird als nur ein bezahltes Verhältnis. Sie hoffen, dass er sie heiratet, sie aus der Armut befreit und von den Philippinen fortbringt. Natürlich denken die Männer anders. Sie wollen letztlich nur Sex. Die Begegnungen finden in Bars wie dieser in Angeles City statt. Die gesamte Stadt lebt vom Sex. Ausnahmslos alle Touristen sind Männer. Europäer, Amerikaner, Australier. Und alle wollen nur das eine, Sex. Hier finden diese Männer, was sie suchen. Die Frauen in Angeles City haben den Ruf, natürlich und preiswert zu sein. Mit versteckter Kamera betrat das Filmteam eine der Bars. Die Frauen sind jung und wirken unverdorben. Weit entfernt vom Klischee der Prostituierten. Aber viele von ihnen haben Kinder von Kunden. Auch Priscilla, die Tänzerin mit dem Bikini-Oberteil. Seit sie 15 ist, arbeitet sie in Bars. Sie hat zwei Kinder von zwei Touristen. Wie die anderen Frauen trägt sie einen Ausweis. Es ist ein Gesundheitsschein, der obligatorisch ist. Jede Woche muss sie sich von einem Arzt untersuchen lassen, um sicherzugehen, dass sie keine Geschlechtskrankheiten hat. Eine Sauberkeitsgarantie, für die sie extra zahlen muss. Wie viel zahlen Sie pro Woche für das Zertifikat? 100 Pesos. Wie viel hat die Erstausstellung gekostet? 1500 Pesos. Das zahlt die Barbetreiberin. Ich erstatte ihr das Geld zurück. Kein Aids, keine Geschlechtskrankheiten. Die Folge, viele Kunden fordern ungeschützten Geschlechtsverkehr. Verhütungsmittel sind zu teuer für die Frauen. Priscilla kann nur beten, dass sie nicht wieder schwanger wird. Priscilla kann nur beten, dass sie nicht wieder schwanger wird. Sie lebt in einem Slum von Angeles City. Das ist meine Tochter Maxine. Das ist meine Mutter. Wir leben hier alle zusammen. Wie viel Miete bezahlen Sie? 1'200 Pesos. Ich habe hier 1'200 Pesos. No, no more light. Dazu kommen Strom und Wasser. Dazu kommen Strom und Wasser. Include the paying electric and water. Als Tänzerin verdient Priscilla umgerechnet 35 Euro im Monat. Damit kann sie ihre Familie nicht ernähren. Der Vater, ein 60-jähriger Australier, zahlt keinerlei Unterhalt für seine Tochter, obschon er von ihrer Existenz weiss und regelmässig auf die Philippinen kommt, um sich mit anderen Frauen zu treffen. Priscilla ist zu einem Nebenerwerb gezwungen. Ich sammle Sachen aus Plastik, z.B. Flaschen und Metall, was ich halt auf der Straße oder bei den Nachbarn finde. Dann verkaufe ich es auf der Deponie. Wie viel verdienen Sie für einen Sack? Manchmal 75 Pesos. Für das hier bekomme ich rund 40 Pesos. Das ist nicht viel. Ich habe einen Sack, aber ich habe einen Sack. Ich habe einen Sack. Ich habe einen Sack, aber ich habe einen Sack. Ich habe einen Sack. 40 Pesos sind weniger als 1 Euro. Das Geld braucht Priscilla sofort. Sie muss Reis für das heutige Essen kaufen. Doch nach dem Wiegen bringt ihr Sammelgut nur noch die Hälfte ein. 20 Tres. In ihrer Notlage vertraute Priscilla ihr zweites Kind kurz nach der Geburt einer angeblichen Tante an. Das war vor einem Jahr. Seither hat sie nichts von ihm gehört. Priscilla macht sich grosse Sorgen. Sie will auf die Insel Mindanao fahren, wo ihre angebliche Tante lebt. Um reisen zu können, braucht sie ihre Identitätskarte. Doch die Barinhaberin, ihre Zuhälterin, hat ihr die Ausweise abgenommen. Hast du Mami Weng gesehen? Hast du Mami Weng gesehen? Hast du Mami Weng gesehen? Noch nicht. Kannst du sie anrufen? Ich habe ihre Nummer nicht. Dank der Anwesenheit des Filmteams lässt Priscillas Chefin sie endlich in die Bar. In einer Tasche sind die Ausweise aller Tänzerinnen. Priscilla findet ihren nicht, aber eine Geburtsurkunde. Damit wird sie reisen können. Das letzte Mal war Priscilla mit vier Jahren auf der Insel Mindanao. Hier ist sie eine Fremde. Ich kenne mich hier nicht aus. Können Sie mir weiterhelfen? Wen suchen Sie? Die Familie Kandari. Ich heisse Kandari. Du bist ein Kandari? Das ist deine Cousine. Wer sucht die Kandaris? Ich. Meine Mutter heisst Norma. Du bist Normas Tochter. Dann sind wir Cousinen. Cousin, Edrin, bring dich zu deiner Familie. Ich suche mein Baby. Alle Kandaris leben hier. Keine Sorge. Das ist die Tochter von Tante Norma. Tante Norma? Was ist denn los? Unterhalten wir uns drinnen. Ich suche mein Kind. Eine Frau hat sich als Anna Kandari ausgegeben. Ich vertraute ihr mein Baby an, das einen englischen Vater hat. Sie sagte, dass sie hier wohnt. Ich habe ein Foto, habe es aber nicht dabei. Kennst du diese Tante Anna? Ich habe Schwestern und Brüder. Einer in Angeles City ist gestorben. Die Grossmutter tut zuerst, als hätte sie nicht verstanden. Doch dann beantwortet sie Prisillas Frage. Es gibt keine Anna in der Familie. Ich wollte herausfinden, ob mein Kind hier ist. Aber sie sagt, es ist nicht hier. Ich will nur meine Tochter wiederfinden. Prisilla realisiert, dass ihr Kind verschwunden ist. Kinderraub ist auf den Philippinen keine Seltenheit. In der ultrakatholischen Gesellschaft werden Frauen wie Prisilla wie Aussätzige behandelt. Prostitution ist offiziell verboten. Doch der Staat zieht weg, da die Wirtschaft davon abhängig ist. 400'000 Frauen sind Prostituierte und werden dafür verachtet. Das Gleiche gilt für ihre Kinder. Frey ist Mitte 30. Sie hat nie etwas anderes erfahren als Ablehnung. Sie ist das Kind eines Afroamerikaners, der schlimmste Fall. Als sie sich kennenlernten, war meine Mutter 16 und arbeitete in einer Bar in Olongapo. Sie lebten zusammen. Bei meiner Geburt sagte mein Vater, das ist nicht meine Tochter. So begann mein verfuschtes Leben. Mein Leben wurde düster. Düster? Auch meine Mutter wollte mich nicht. Sie sagte immer, ich hätte ihr Leben ruiniert. Wegen meiner Hautfarbe konnte sie nicht normal leben. Jeder sah, dass sie eine Prostituierte war, eine schmutzige Frau. Frey landete mit elf auf der Strasse. Sie war ganz auf sich gestellt. Nach sechs Jahren fand sie dank eines irischen Pfarrers eine Unterkunft. Das Schlimmste war die Regenzeit. Es war kalt. Und ich hatte keine Decke, kein Kissen. Am schwierigsten war für mich, dass ich allein auf der Strasse war und wusste, dass meine Mutter in einem Bett schlief. Die beiden hatten zu essen. Sie lebten zusammen, ich war allein auf der Strasse. Sie hatten Platz, ich hätte bei ihnen schlafen können. Das war am schlimmsten für mich. Sie fragten sich nicht mal, ob ich noch lebte. Mein Vater hatte viel Geld und war vielleicht dabei, Bier zu trinken und Spaß zu haben. Und ich war auf der Strasse. Dieser Gedanke war unerträglich. Ich finde, die Amerikaner und Europäer sollten es vermeiden, Kinder zu zeugen, wenn sie hierher kommen. Sie können sich amüsieren, sexuelle Dienste kaufen, dürfen aber keine Kinder zeugen. Paolo Fuller ist empört über die Ungerechtigkeit, die Prostituierte und ihre Kinder erfahren. Daher geht er bis zum Äussersten, um die Väter zu finden. Er ist einem Deutschen auf der Spur, der einen Sohn mit einer Bartänzerin hat. Mit Hilfe von zwei seiner Soziologiestudentinnen will Paolo Fuller ihn zur Rede stellen. Ich hatte einen intensiven SMS-Austausch mit ihm. Ich habe mich für eine Frau ausgegeben. Er meint, ich wolle ihn kennenlernen. Er hat den Köder geschluckt, er ist interessiert. Das schreibt er in seiner letzten SMS. Wir müssen ihn heute treffen. Kannst du dich als diese Frau ausgeben und hier ein Treffen mit ihm ausmachen? Wenn möglich heute Abend? So kann ich ihm die Gerichtsvorladung aushändigen. Paolo Fullers Trick funktioniert. Nach anfänglichem Zögern ist der Deutsche einverstanden, die Frau zu treffen. Wie heissen Sie? Sind Sie das? Pardon? Was ist das? Das ist ein Dokument vom Staatsanwalt. Eine Anhörung zu einer Schlichtung. Sie sind für morgen 3 Uhr vorgeladen. Was soll das? Ich vertrete Frau May Sahil-Juan. Es geht um das Regeln der Alimente. Morgen, 15 Uhr, in der Staatskanzlei. Hier ist die Adresse. Der Staatsanwalt ist mit Ihrem Fall betraut. Es wird um Ihren Beitrag zur Unterstützung Ihres Kindes gehen. Sie haben das Recht, einen Anwalt mitzubringen. Wer sind Sie? Ich bin Dr. Paolo Fuller. Ich vertrete Frau May. Der Staatsanwalt hat mich beauftragt, Ihnen diese Vorladung zu überbringen. Um 15 Uhr. Ja. Diese Kopie ist für Sie, aber ich brauche Ihre Unterschrift. Ich unterschreibe nichts. Dann behalte ich das. Ich unterschreibe nichts. Das ist Ihr Recht. Ich komme morgen, aber ich unterschreibe nichts. Dann kann ich Ihnen die Unterlagen nicht geben. Wenn Sie nicht kommen, wird der Richter einen Haftbefehl erlassen. Ich werde morgen da sein. Okay, cool. Gut, danke. Okay. Das Filmteam möchte von dem Deutschen wissen, warum er sich nicht um seinen Sohn kümmern will. Es geht nicht um das, um sich zu kümmern. Es ist ja nicht mal sicher, ob das überhaupt mein Sohn ist. Da geht es schon mal los. Das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, dass die Mutter mehrere Kinder hat und sozusagen kein Einkommen oder eigentlich gar nichts. Einfach nur an philippinische Mütter, die 20 Jahre in der Bar gearbeitet haben und jeden Tag andere Kunden haben. Und dann von einem der Kunden behaupten, dass es der Sohn ist, weil es der Einzige ist, der hier lebt und die von dem Geld schnüffelt. Sie wissen ja gar nicht, was hier los ist. Es muss erst mal überprüft werden, dass das mein Sohn wirklich ist. Wart ihr nicht alle zusammen? Nein, es war ein einziger Abend, an dem ich betrunken war und das war alles. Dann verschilfe ich mich nicht. Bis heute noch. Andern Tags erscheint Mai pünktlich zum Schlichtungstermin. Sie hat ihren Sohn Michael mitgebracht. Der Termin ist entscheidend. Unterhaltszahlungen würden alles ändern. Wie geht es dir? Wir sind hier. Endlich sind wir hier. Und gestern Abend? Er hat mich angerufen. Was hat er gesagt? Er sagte, bist du verrückt geworden? Warum hast du mich angeschwärzt? Warum lädst du das Fernsehen ein? Ich habe nichts gesagt und aufgehängt. Das ist das Beste. Gar nicht darauf eingehen. Verzeih, wenn ich das so sage, aber er hat einen Haufen Scheisse erzählt. Das tut er, wenn er betrunken ist. Er wird wohl auch heute Scheisse erzählen. Das ist mir egal. Lass dich nicht einschüchtern, auch wenn er dich beleidigt. Bleib einfach bei der Sache. Das ist die Geburtsurkunde vom Vater unterschrieben. Wo ist die Signature? Kann ich sie sehen? Okay. Das muss ich mir anschauen. Wo ist die Unterschrift? Ah, hier. Mutter, Vater, alles da. Das ist ein sehr starker Beweis für den Staatsanwalt. Er ist der rechtliche Vater. Das heutige Ziel ist es, vor dem Staatsanwalt eine Einigung zwischen Mai und dem Vater ihres Kindes zu erreichen. Darin wird der Unterhalt geregelt. Die Summe ist abhängig von den Bedürfnissen von Michael und den Finanzen des Vaters. Denkst du, dass er kommt? Das ist die Frage. Wird er erscheinen? Ich habe ihn seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Wenn er nicht kommt, wird der Staatsanwalt eine Ermittlung einleiten. Wenn er dann der Vorladung nicht folgt, wird ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Ich habe ihn über alles informiert. Es hängt von ihm ab. Der Vater von Michael ist nicht aufgetaucht. Paolo hatte es geahnt. Doch auf den Philippinen ist Kindesvernachlässigung eine Straftat. Dem Vater droht das Ausreiseverbot und in der Folge eine Gefängnisstrafe. Zurück zu Grace. Gerichtsverfahren interessieren sie nicht. Sie will nur ihren Vater kennenlernen. Sie hat sich schon ein Bild von der Schweiz gemacht. Warte, Tante, ich mache etwas. Was denn? Ich vermische es. Das wird fantastisch. Es ist braun. Es ist Schokolade. Hättest du gerne Schweizer Schokolade? Ja. Wie stellst du dir die Schweiz vor? Da ist es super. Es ist kalt und es gibt Schnee. Gibt es da wirklich Schnee? Ja. Magst du Schnee? Ja. Was wirst du in der Schweiz tun? Ich fliege mit dem Flugzeug hin. Dort besuche ich meinen Vater. Er wird mir Geschenke geben. Spielzeug zum Beispiel. Ich werde ihn fragen, wie es ihm geht und ihm sagen, du fehlst mir, ich hab dich lieb. Wenn ich gross bin, gebe ich meine Geschenke anderen Kindern. Diese Männer machen mich wütend, weil sie ihre eigenen Gefühle verdrängen. Eigentlich hätten viele gern Kontakt zu ihren Kindern, aber ihnen steht immer etwas im Wege. Es ist armselig, wie sie vor der Realität und ihrer Verantwortung fliehen. Ich weiss, es ist ein starkes Wort, aber für mich hat das etwas Bösartiges. Sie lassen ihr Kind im Stich und dieses fragt sich den Rest seines Lebens, wer ist mein Vater? Für Paolo Fuller ist es unerlässlich, dass Grace ihren Vater kennenlernt. Zusammen mit der Nichtregierungsorganisation, die Mary Ann und Grace psychologisch betreut, organisiert das Filmteam ihre Reise in die Schweiz. Grace kann endlich das Land ihres Vaters kennenlernen. Alle sind gekommen, um sich zu verabschieden. Grace freut sich, für ihre Mutter ist es schwieriger. Jetzt, vor meiner Reise in die Schweiz, bin ich traurig und habe etwas Angst vor dem Moment, in dem ich den Vater meiner Tochter sehe. Wenn ich ihn treffen kann, werde ich sehen, was passiert. They happen. Bye little! 5 days later! 5 days later. You know right, you know what happened for the one night stand, Mama, es regnet Schnee. Nein, das ist Eis. Wo geht es hier rein? Wir müssen die Türe finden. Das Filmteam hat eine Hütte gemietet, die Treffen mit dem Vater von Grace zu ermöglichen. Ist das unser Haus? Es ist wirklich schön. Wow, eine Küche für reiche Leute. Nein, der Lichtschalter ist drinnen. Willst du oben oder unten schlafen? Unten. Nein, du schläfst oben. Oben bekomme ich Angst. Jetzt, wo ich hier bin, weiss ich nicht, wie ich auf ihn zugehen soll. Ich fühle mich gestresst. Es ist sein Territorium. Wie soll ich ihm erklären, was ich ihm seit sieben Jahren sagen will? Es ist hart. Am Abend ruft Mary Ann den Vater von Grace an. Hallo. Hallo, wer ist da? Wie geht es dir? Kennst du mich noch? Wer ist am Apparat? Maria. Maria, ich bin es, Maria. Erinnerst du dich an mich? Ich wusste, dass er auflegt. Er hat gefragt, wer am Apparat ist. Ich habe zweimal meinen Namen gesagt, dann hat er aufgelegt. Ich weiss nicht, warum. Wissen Sie wirklich nicht, warum er nicht mit Ihnen reden will? Am nächsten Tag erzählt Mary Ann, dass sich der Vater von Grace am Anfang um seine Tochter kümmern wollte. Sechs Monate lang schickte er ihr Geld. Insgesamt 2500 Euro. Von dem Geld ist nichts geblieben. Ich brauchte ein Zuhause für die Kleine. Wir konnten doch nicht auf der Strasse leben. Sein Geld ist weg, weil ich Boden gekauft und ein Haus gebaut habe. Wer wohnte in dem Haus? Mein Vater, meine zwei Brüder, meine Schwester, ich und sie. Ich beherbergte meinen Vater, weil er mir fehlte. Ich hatte ihn 14 Jahre nicht gesehen. Auch Grace hat ihren Vater sieben Jahre nicht gesehen. Das ist meine Geschichte und sie ist traurig. Aber damit hat der Vater von Grace nichts zu tun. Ich weiss, es ist nicht sein Problem, aber er könnte es trotzdem verstehen. Mein Vater hatte Krebs und lag im Sterben. Das Haus der Eltern war abgebrannt. Mary Ann musste ihnen helfen. Heute will sie den Vater von Grace zur Rede stellen. und sie sind in der Schweiz. Bianca begleitet sie. Die Philippiner lebt in der Schweiz. Komm mal, komm. Komm mal. Komm mal, komm! Wir suchen auf der anderen Seite. Wie bitte? Ein eigenartiger Ort. Ist das wirklich hier? Wir suchen ... Wie bitte? Warum? Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss los. Wir sind mit ihrer Tochter hier, sie ist im Auto. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weg. Ich habe schon selten die Schuhe. Ich bin mit der Schuhe. Was soll ich tun? Er hat uns abgewiesen. Er will nicht reden. Da kann man nichts machen. Haben Sie es gesehen? Er hat uns die Tür vor der Nase zugemacht. Er war es. Er hat die gleiche Frisur. Er ist älter geworden, aber er ist es. Bei ihm ist es sinnlos, es weiterzuprobieren. Ich kann das nur Gott überlassen. Der Vater von Grace verlässt das Haus. Das Filmteam stellt ihn zur Rede. Ist das so schwierig? Wenn ich nicht ihr Vater bin, wird es heikel. Vielleicht gewinnt sie mich lieb. Und dann? Ich kenne ihre Mutter sehr gut. Auf den Philippinen haben wir zusammen gelebt in meinem Haus. Es war eine Katastrophe. Am Morgen kamen alle von ihrer Familie zum Essen. Als sie mir sagte, sie sei schwanger, hatte ich es schon akzeptiert. Ich sagte ihr, ich helfe dir ein bisschen, aber du musst sparen. Ich habe eine Freundin in Olongapo. Ich habe mit ihr telefoniert. Ab und zu treffe ich sie auch hier. Sie sagte mir, es bringt nichts mehr zu schicken. Sie verbraucht eh alles. Man kennt diese Leute. Sie bekommen nichts auf die Reihe. Doch er willigt ein, seine Tochter zu sehen. Das ist dein Papa. Gibst du ihm die Hand? Sie ist schüchtern. Das ist normal. Sie sieht mich zum ersten Mal. Es ist stressig für sie. Du kannst ihm die Hand geben und Hallo sagen. Willst du ihm was sagen? Musst du weinen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Sie ist acht. Acht? Sie ist süß. Sie gleicht ihrer Mutter sehr. Wenn es meine Tochter ist, okay. Aber das ist immer die Frage. Es ist zu einfach. Aber gut, ich kenne ihre Mutter. So ist es nun mal. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er freut sich, dich zu sehen. Sehr sogar. Willst du etwas sagen? Dein Vater würde gerne wissen, was in dir vorgeht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe sie gefragt, was sie denkt. Sie will nur wissen, bist du glücklich? Es geht. Sie hofft, dass sie ihr nicht böse sind. Natürlich nicht. Er hat gesagt, er ist nicht böse. Sie hat Probleme in der Schule. Sie wird gehänselt, weil sie nicht dieselbe Hautfarbe hat. Als wirklich. Aber wenn sie wieder auf die Philippine zurückkehrt, kann sie sich jetzt verteidigen. Ich habe sie gefragt, was sie von ihnen hat. Sie sagte, die Ohren. Die Ohren? Wirklich? Ich habe ihr vorgeschlagen, ein Foto von ihnen mit ihr zu machen. Für ihr Portemonnaie. Das kann sie in der Schule zeigen und vor dem Einschlafen anschauen. Willst du? Mit den Bergen. Auf den Bergen liegt Schnee. Sie sollte Französisch lernen. Sie lernt schnell. Sie liebt den Schnee. Ich glaube, morgen wird es schneien. Ja, Schnee gibt es hier genug. Ich dachte, mein Vater ist gemein, aber er ist nett. Ich würde sogar bei ihm leben und in den Ferien auf die Philippinen zurückgehen. Ich kann mich jetzt verteidigen. Später sagte ihr Vater dem Filmteam, er wolle Grace unterstützen. Aber er werde das Geld nicht ihrer Mutter, sondern einer Organisation schicken, die das Schulgeld für seine Tochter zahlen wird. Das Wichtigste für Grace, sie hat ihren Vater kennengelernt und weiss, dass er nicht böse ist auf sie. Ich begrüsse nicht. Entschuldige. Ich bin Raisa. Ich bin Paolo. Seit zehn Jahren versucht Paolo Fuller, die Beziehungen zwischen Prostituierten und ihren Kunden zu verstehen. Die Männer, die nur Sex wollen, gehen nach Thailand. Dieses Land ist perfekt für One-Night-Stands. Sextouristen, die auf die Philippinen kommen, wollen erleben, wie es ist, eine Freundin zu haben. Das heisst, sie buchen eine Frau für längere Zeit. Manch einer will den ganzen Urlaub mit ihr verbringen und bezahlt sie für ein bis drei Wochen, damit sie mit ihm Ferien macht, anstatt in der Bar zu arbeiten. Dadurch kommen sich die beiden näher. Viele Frauen hoffen, dass die Beziehung zum Sextouristen mehr wird als nur ein bezahltes Verhältnis. Sie hoffen, dass er sie heiratet, sie aus der Armut befreit und von den Philippinen fortbringt. Natürlich denken die Männer anders. Sie wollen letztlich nur Sex. Die Begegnungen finden in Bars wie dieser in Angeles City statt. Die gesamte Stadt lebt vom Sex. Ausnahmslos alle Touristen sind Männer. Europäer, Amerikaner, Australier. Und alle wollen nur das eine, Sex. Hier finden diese Männer, was sie suchen. Die Frauen in Angeles City haben den Ruf, natürlich und preiswert zu sein. Mit versteckter Kamera betrat das Filmteam eine der Bars. Die Frauen sind jung und wirken unverdorben. Weit entfernt vom Klischee der Prostituierten. Aber viele von ihnen haben Kinder von Kunden. Auch Priscilla, die Tänzerin mit dem Bikini-Oberteil. Seit sie 15 ist, arbeitet sie in Bars. Sie hat zwei Kinder von zwei Touristen. Wie die anderen Frauen trägt sie einen Ausweis. Es ist ein Gesundheitsschein, der obligatorisch ist. Jede Woche muss sie sich von einem Arzt untersuchen lassen, um sicherzugehen, dass sie keine Geschlechtskrankheiten hat. Eine Sauberkeitsgarantie, für die sie extra zahlen muss. Wie viel zahlen Sie pro Woche für das Zertifikat? 100 Pesos. Wie viel hat die erste Ausstellung gekostet? 1500 Pesos. Das zahlt die Barbetreiberin. Ich erstatte ihr das Geld zurück. Kein Aids, keine Geschlechtskrankheiten. Die Folge, viele Kunden fordern ungeschützten Geschlechtsverkehr. Verhütungsmittel sind zu teuer für die Frauen. Priscilla kann nur beten, dass sie nicht wieder schwanger wird. Sie lebt in einem Slum von Angeles City. Komm her! Das ist meine Tochter Maxine. Das ist meine Mutter. Wir leben hier alle zusammen. Wie viel Miete bezahlen Sie? 1200 Pesos. No, no more light. Dazu kommen Strom und Wasser. Including the paying electric and water. No more light. Als Tänzerin verdient Priscilla umgerechnet 35 Euro im Monat. Damit kann sie ihre Familie nicht ernähren. Der Vater, ein 60-jähriger Australier, zahlt keinerlei Unterhalt für seine Tochter, obschon er von ihrer Existenz weiss und regelmässig auf die Philippinen kommt, um sich mit anderen Frauen zu treffen. Priscilla ist zu einem Nebenerwerb gezwungen. Ich sammle Sachen aus Plastik, zum Beispiel Flaschen. und Metall, was ich halt auf der Strasse oder bei den Nachbarn finde. Dann verkaufe ich es auf der Deponie. Wie viel verdienen Sie für einen Sack? Manchmal 75 Pesos. Für das hier bekomme ich rund 40 Pesos. Das ist nicht viel. 40 Pesos. 40 Pesos sind weniger als 1 Euro. Das Geld braucht Priscilla sofort. Sie muss Reis für das heutige Essen kaufen. Doch nach dem Wiegen bringt ihr Sammelgut nur noch die Hälfte ein. In ihrer Notlage vertraute Priscilla ihr zweites Kind kurz nach der Geburt einer angeblichen Tante an. Das war vor einem Jahr. Seither hat sie nichts von ihm gehört. Priscilla macht sich grosse Sorgen. Sie will auf die Insel Mindanao fahren, wo ihre angebliche Tante lebt. Um reisen zu können, braucht sie ihre Identitätskarte. Doch die Ba-Inhaberin, ihre Zuhälterin, hat ihr die Ausweise abgenommen. Hast du Mami Weng gesehen? Hast du Mami Weng gesehen? Hast du Mami Weng gesehen? Noch nicht. Kannst du sie anrufen? Ich habe ihre Nummer nicht. Dank der Anwesenheit des Filmteams lässt Priscillas Chefin sie endlich in die Bar. In einer Tasche sind die Ausweise aller Tänzerinnen. Priscilla findet ihren nicht, aber eine Geburtsurkunde. Damit wird sie reisen können. Das letzte Mal war Priscilla mit vier Jahren auf der Insel Mindanao. Hier ist sie eine Fremde. Ich kenne mich hier nicht aus. Können Sie mir weiterhelfen? Wen suchen Sie? Die Familie Kandari. Ich heisse Kandari. Du bist ein Kandari? Das ist deine Cousine. Wer sucht die Kandaris? Ich. Meine Mutter heisst Norma. Du bist Normas Tochter. Dann sind wir Cousinen. Cousin Edrin bringt dich zu deiner Familie. Ich suche mein Baby. Alle Kandaris leben hier. Keine Sorge. Das ist die Tochter von Tante Norma. Tante Norma? Was ist denn los? Unterhalten wir uns drinnen. Ich suche mein Kind. Eine Frau hat sich als Anna Kandari ausgegeben. Ich vertraute ihr mein Baby an, das einen englischen Vater hat. Sie sagte, dass sie hier wohnt. Ich habe ein Foto, habe es aber nicht dabei. Kennst du diese Tante Anna? Ich habe Schwestern und Brüder. Einer in Angeles City ist gestorben. Die Grossmutter tut zuerst, als hätte sie nicht verstanden. Doch dann beantwortet sie Priscillas Frage. Es gibt keine Anna in der Familie. Es gibt keine Anna in der Familie. Es gibt keine Anna in der Familie. Die Frauen werden schwanger, da sie sich Verhütungsmittel nicht leisten können. Die Frauen bleiben alleine zurück mit ihrem Nachwuchs. Und ihre Kinder werden gehänselt, weil ihre Haut zu weiss ist. Doch immer mehr Mütter versuchen, die Väter ihrer Kinder zu finden, um sie zur Kasse zu bitten. Manchmal führt ihre Suche sie bis in die Schweiz. Die Geschichte von Mary Ann und ihrer Tochter Grace. Untertitelung des ZDF, 2020 Deine Wolken haben Gesichter? Sie haben Gesichter, weil sie lebendig sind. Wären sie nicht lebendig, könnten sie sich nicht bewegen. Warum zieht eine so ein Gesicht? Sie ist traurig. Die anderen wollen nicht mit ihr spielen. Das macht sie wütend. Ist dein Vater auch drauf? Er ist da. Was tut er? Nichts, er liegt nur da. Und das bist du? Ja. Und wenn er dich nicht sehen will? Er tut, was er will. Vielleicht macht er uns die Tür gar nicht auf. Wenn doch, dann können wir endlich mit ihm reden. Ich habe nur vor etwas Angst, dass er noch mal gemein ist zu Mama. Er ist weggegangen. Er hat uns allein gelassen. Grace ist acht Jahre alt und Philippiner. Sie ist 10'000 km geflogen, um in der Schweiz ihren Vater zu suchen, den sie nicht kennt. Einige Wochen vorher, auf den Philippinen. Die Hände nach vorn. In ihrer Schule in Olongapo ist Grace eine Aussenseiterin. Und das nur, weil ihre Haut zu weiss ist. Wenn wir die Nationalhymne singen, müsst ihr rein und zusammensingen. Okay? Oh, oh. Kinder wie Grace nennt man hier Milchfische. Jeder weiss, dass sie Kinder des Sextourismus sind. Das belastet Grace sehr. Magst du deine Schulkameraden? Nein. Warum magst du sie nicht? Manchmal schlagen sie mich. Sie sagen, ich sei Amerikanerin, deswegen hänseln sie mich. Meine Haut ist zu hell. Was sagen sie? Meine Mutter sei eine Nutte. Tut es dir weh, wenn sie das sagen? Geht rein, Kinder. Beeilt euch. Hier leben Grace und ihre Mutter Mary Ann, zusammen mit einem Dutzend anderer Familien. Privatsphäre gibt es nicht. Jede Familie verfügt nur über ein Zimmer. Ihr Zuhause ist das Zimmer ganz hinten. Sie teilen es mit Cheryl und deren Tochter Cheryl Lynn. Acht Quadratmeter für vier Personen. In diesem kleinen Raum wird der Alltag zur Herausforderung. Wir legen den Karton hier hin, holen den Teppich von draussen und die beiden Mädchen setzen sich drauf. So machen sie ihre Hausaufgaben. Und wie schlaft ihr? Zu viert in diesem Bett. Ah. In diese Richtung? Mit den Füssen draussen. Genau. Die Füsse schauen raus. Sie schläft neben mir, das andere Mädchen neben Cheryl. Ihre Kinder ziehen sie gemeinsam gross. Die beiden Ex-Prostituierten sind ein Paar. Sie haben genug von Männern. Aber Mary Ann kann den Vater ihrer Tochter, den damals 40 Jahre alten Schweizer, nicht vergessen. Ich lernte ihn kennen, als ich 18 oder 19 war. Ich arbeitete als Kellnerin in einer Bar. Am Anfang hatten wir keine ernsthafte Beziehung. Ich wusste nicht, ob ich ihm vertrauen konnte. Aber 2002 kam er zurück und wir waren wieder zusammen. Da stellte er mir eine wichtige Frage. Er fragte mich, magst du mich? Ich sagte ihm, ich müsse nachdenken. 2004 brachte er mir Schokolade und Blumen mit. Dann flog er wieder in die Schweiz zurück. Dann bekam ich meine Regeln nicht mehr. Ich war schwanger von ihm. Ich machte mir Sorgen, denn er war nicht hier. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich erwartete ein Kind von ihm. Er wusste es, aber ich hatte keine Ahnung, ob er zurückkommen würde und ob er mich wieder sehen wollte. Ich habe viel geweint. Ich war traurig. Dann kamen die Babys zur Welt. Es waren Zwillinge. Der Junge starb. Nur das Mädchen hat überlebt. Er hat uns verlassen. Er hat mich und seine Tochter vergessen. Deshalb arbeitete ich in der Bar. Wegen meiner Tochter. Ich brauchte Geld. Er hat mich nie unterstützt. Das akzeptiere ich. Er kam nie mehr zurück. Ich weiss nicht, warum. Ich versuchte es zu verstehen. Ich fragte andere, ob sie es mir erklären könnten. Ich fragte sie, warum kommt er nicht zurück? Ich wüsste nicht, wie ich zu Geld kommen sollte. Ich musste allein zurechtkommen und schwer arbeiten für mein Kind. Ich versuchte, Kontakt mit ihm aufzunehmen und bat, ihn zurückzukommen, aber er wollte nicht. Ich weiss nicht, warum. Ich weiss nicht, warum. Ich weiss nicht, warum. Ich weiss nicht, warum. Von ihrem Vater hat Grace nur ein Foto. Zeig es. Das ist mein Papa. Ich liebe dich, Papa. Ein Vater, der Sextourist ist und eine Mutter, die in der Bar arbeitet. Kinder wie Grace gibt es auf den Philippinen Zehntausende. Mary Ann will nicht mehr als Prostituierte arbeiten. Sie wäscht die Kleider der Nachbarn und hofft, so genug Geld verdienen zu können. Sie will ihre Tochter vor dem gleichen Schicksal bewahren. Ich sage den Mädchen immer, ihr werdet nie in einer Bar arbeiten. Aber ich habe Angst. Ich muss sie schützen. Ich lasse nicht zu, dass ihnen, wie mir, ein Mann das Herz bricht. Du lernst jemanden kennen, ist nett zu dir und dann geht er einfach. Sie gehen alle. Deshalb will ich, dass die Mädchen zur Schule gehen. Das Beste, was ich ihnen geben kann, ist eine Ausbildung. Aber die Schule ist teuer. Mary Ann verdient nicht genug Geld, um Grace eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie sind zufrieden. Anderntags besuchen zwei Sozialarbeiterinnen Mary Ann. Sie hat sie um Hilfe gebeten. Sie will, dass der Vater von Grace endlich Alimente zahlt. Guten Tag, Mary Ann. Ich habe Loida von der Organisation Renew mitgebracht. Sie ist eine Freundin. Ich brauche ein paar Auskünfte, um deine Situation zu verstehen. Ich möchte wissen, was du brauchst und was du tun willst. In deinem Fall lebt der Vater deines Kindes in der Schweiz. Was möchtest du tun? Was hast du vor? Ich bin wütend. Ich muss mit ihm reden. Ich werde ihn begrüssen und dann hängt alles von ihm ab. Wenn ich ihn in der Schweiz sehen kann, werden wir vielleicht nur über das Kind reden. Wie wird es für dich sein, wenn du ihn siehst? Werden deine Gefühle für ihn zurückkommen? Ich glaube nicht. Wegen ihm bin ich so geworden. Wie? Warst du vorher anders? Sexy? Ja, er war mein erster Freund. Warst du damals sexy? Ja, ich habe ein Foto von damals. Ich zeige es dir. Moment. Ja, ich war attraktiv. So sah ich aus, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war 19. Ich habe sogar als Model gearbeitet. Der Vater von Grace hat Freunde hier. Ich besuchte sie ab und zu mit dem Baby, um nach ihm zu fragen. Eines Tages erzählten sie mir, er habe geheiratet. Ich war verletzt, als ich das hörte. Es tat sehr weh. Hast du Dokumente oder Informationen über den Vater? Ich habe nur seine Adresse. Zeig sie mir. Die Telefonnummer steht auch drauf. Gut, behalte den Zettel. Das ist das Einzige, was ich von ihm habe. Ich hebe den Zettel für Grace auf. Es ist wichtig. Wenn sie einmal heiratet und ihn besuchen will, kann ich ihn ihr geben. Ob eine acht Jahre alte Adresse und Telefonnummer ausreichen werden, um den Vater zu finden? Die Sozialarbeiterin bringt die Informationen zum Leiter der Nichtregierungsorganisation Renew. Paulo Fuller setzt alles daran, Väter wie den von Grace zu finden. Wurde das Foto in Olongapo gemacht? Ja, in der Barretto-Grundschule. Oh, in der Schule? Ja. Wir haben also Adresse, Name, Telefonnummer und Nationalität. Es ist alles da. Das ist einfach. Die Handynummer ist die gleiche, die uns Barry Ann gegeben hat. Der Name stimmt, also muss das die Adresse sein. Hier ist es. Zoomen wir näher ran. Das muss die Strasse sein. Höchstwahrscheinlich lebt er da. Die Strasse ist ein bis zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Es ist ein Skigebiet. Man sieht die Skihänge. Im Internet ist der Mann ein Unbekannter. Es ist nicht viel über ihn zu finden. Nichts. Ich wäre nicht überrascht, wenn er wüsste, dass er, wie soll ich sagen, am anderen Ende der Welt etwas zu regeln hat. Die einen Ausländer leben hier, die anderen nicht. Sind sie hier in den Philippinen, ist es einfach. Wir bringen sie vor Gericht wegen Kindsvernachlässigung. Das Gesetz ist eindeutig. Väter müssen zahlen, egal ob die Mutter ihre Frau oder Geliebte ist. Das spielt vor Gericht keine Rolle. Es gibt zudem eine neue internationale Konvention namens RIMO. Gegen 90 Länder haben sie unterzeichnet, auch die Philippinen und die Schweiz. Die Konvention ermöglicht, Väter in diesen Ländern wegen Kindsvernachlässigung zu belangen. Für Marianne ist es das Beste, den Vater zu finden und ihn mit seiner Verantwortung zu konfrontieren. Und für die Menschen, die ihnen zu tun, können sie übernehmen. Paolo Fuller wird Mary Ann bei der Suche nach dem Vater von Grace unterstützen. Sein Engagement hat Gründe. Auch er ist ein Kind der Prostitution. Sein Vater war ein Kunde seiner Mutter. Diese setzte ihn aus. Mit fünf Jahren adoptierte ihn ein englisches Paar. Paolo Fuller ist Soziologe. Er unterrichtet an der Universität von Oxford und an einer Sozialarbeiterschule in Angeles City. Hallo, ich heisse Paolo. Lovely. Jay, Paolo. Ich war gerade in der Nähe. Ich wollte herausfinden, ob mein Kind hier ist. Aber sie sagt, es ist nicht hier. Ich will nur meine Tochter wiederfinden. Priscilla realisiert, dass ihr Kind verschwunden ist. Kinderraub ist auf den Philippinen keine Seltenheit. In der ultrakatholischen Gesellschaft werden Frauen wie Priscilla wie Aussätzige behandelt. Prostitution ist offiziell verboten. Doch der Staat zieht weg, da die Wirtschaft davon abhängig ist. 400'000 Frauen sind Prostituierte und werden dafür verachtet. Das Gleiche gilt für ihre Kinder. Frey ist Mitte 30. Sie hat nie etwas anderes erfahren als Ablehnung. Sie ist das Kind eines Afroamerikaners, der schlimmste Fall. Sie ist das Kind eines Afroamerikaners, als sie sich kennenlernten, war meine Mutter 16 und arbeitete in einer Bar in Olongapo. Sie lebten zusammen. Bei meiner Geburt sagte mein Vater, das ist nicht meine Tochter. So begann mein verfuschtes Leben. Mein Leben wurde düster. Düster? Auch meine Mutter wollte mich nicht. Sie sagte immer, ich hätte ihr Leben ruiniert. Wegen meiner Hautfarbe konnte sie nicht normal leben. Jeder sah, dass sie eine Prostituierte war, eine schmutzige Frau. Frey landete mit elf auf der Strasse. Sie war ganz auf sich gestellt. Nach sechs Jahren fand sie dank eines irischen Pfarrers eine Unterkunft. Das Schlimmste war die Regenzeit. Es war kalt. Und ich hatte keine Decke, kein Kissen. Am schwierigsten war für mich, dass ich allein auf der Strasse war und wusste, dass meine Mutter in einem Bett schlief. Die beiden hatten zu essen. Sie lebten zusammen. Ich war allein auf der Strasse. Sie hatten Platz. Ich hätte bei ihnen schlafen können. Das war am schlimmsten für mich. Sie fragten sich nicht mal, ob ich noch lebte. Mein Vater hatte viel Geld und war vielleicht dabei, Bier zu trinken und Spaß zu haben. Und ich war auf der Strasse. Dieser Gedanke war unerträglich. Ich finde, die Amerikaner und Europäer sollten es vermeiden, Kinder zu zeugen, wenn sie hierher kommen. Sie können sich amüsieren, sexuelle Dienste kaufen, dürfen aber keine Kinder zeugen. Paolo Fuller ist empört über die Ungerechtigkeit, die Prostituierte und ihre Kinder erfahren. Daher geht er bis zum Äussersten, um die Väter zu finden. Er ist einem Deutschen auf der Spur, der einen Sohn mit einer Bartänzerin hat. Mit Hilfe von zwei seiner Soziologiestudentinnen will Paolo Fuller ihn zur Rede stellen. Ich hatte einen intensiven SMS-Austausch mit ihm. Ich habe mich für eine Frau ausgegeben. Er meint, ich wolle ihn kennenlernen. Er hat den Köder geschluckt, er ist interessiert. Das schreibt er in seiner letzten SMS. Wir müssen ihn heute treffen. Kannst du dich als diese Frau ausgeben und hier ein Treffen mit ihm ausmachen? Wenn möglich heute Abend? So kann ich ihm die Gerichtsvorladung aushändigen. Paolo Fullers Trick funktioniert. Nach anfänglichem Zögern ist der Deutsche einverstanden, die Frau zu treffen. Wie heissen Sie? Sind Sie das? Was ist das? Das ist ein Dokument vom Staatsanwalt. Eine Anhörung zu einer Schlichtung. Sie sind für morgen 3 Uhr vorgeladen. Was soll das? Ich vertrete Frau May Sahil-Juan. Es geht um das Regeln der Alimente. Morgen, 15 Uhr, in der Staatskanzlei. Hier ist die Adresse. Der Staatsanwalt ist mit Ihrem Fall betraut. Es wird um Ihren Beitrag zur Unterstützung Ihres Kindes gehen. Sie haben das Recht, einen Anwalt mitzubringen. Wer sind Sie? Ich bin Dr. Paolo Fuller. Ich vertrete Frau May. Der Staatsanwalt hat mich beauftragt, Ihnen diese Vorladung zu überbringen. Sie haben das, und ich brauche es Ihnen. Okay? Okay? Um 15 Uhr. Ja. Diese Kopie ist für Sie, aber ich brauche Ihre Unterschrift. Ich unterschreibe nichts. Dann behalte ich das. Ich unterschreibe nichts. Das ist Ihr Recht. Ich komme morgen, aber ich unterschreibe nichts. Dann kann ich Ihnen die Unterlagen nicht geben. Wenn Sie nicht kommen, wird der Richter einen Haftbefehl erlassen. Ich werde morgen da sein. Gut, danke. Das Filmteam möchte von dem Deutschen wissen, warum er sich nicht um seinen Sohn kümmern will. Es geht nicht um das, um sich zu kümmern. Es ist ja nicht mal sicher, ob das überhaupt mein Sohn ist. Da geht es schon mal los. Das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, dass die Mutter mehrere Kinder hat und sozusagen kein Einkommen oder eigentlich gar nichts. Und einfach nur an philippinische Mütter, die 20 Jahre in der Bar gearbeitet haben und jeden Tag andere Kunden haben. Und dann von einem der Kunden behaupten, dass es der Sohn ist, weil es der Einzige ist, der hier lebt und die von dem Geld schnüffelt. Sie wissen ja gar nicht, was hier los ist. Es muss erst mal überprüft werden, dass das mein Sohn wirklich ist. Wart ihr nicht alle zusammen? Nein, es war ein einziger Abend, an dem ich betrunken war und das war alles. Dafür schimm ich mich gut. Bis heute noch. Andertags erscheint Mai pünktlich zum Schlichtungstermin. Sie hat ihren Sohn Michael mitgebracht. Der Termin ist entscheidend. Unterhaltszahlungen würden alles ändern. Wie geht es dir? Endlich sind wir hier. Und gestern Abend? Er hat mich angerufen. Was hat er gesagt? Er sagte, bist du verrückt geworden? Warum hast du mich angeschwärzt? Warum lädst du das Fernsehen ein? Ich habe nichts gesagt und aufgehängt. Gut. Das ist das Beste. Gar nicht darauf eingehen. Verzeih, wenn ich das so sage, aber er hat einen Haufen Scheisse erzählt. Das tut er, wenn er betrunken ist. Er wird wohl auch heute Scheisse erzählen. Das ist mir egal. Lass dich nicht einschüchtern, auch wenn er dich beleidigt. Bleib einfach bei der Sache. Das ist die Geburtsurkunde vom Vater unterschrieben. Kann ich sie sehen? Das muss ich mir anschauen. Wo ist die Unterschrift? Ah, hier. Mutter, Vater, alles da. Das ist ein sehr starker Beweis für den Staatsanwalt. Er ist der rechtliche Vater. Das heutige Ziel ist es, vor dem Staatsanwalt eine Einigung zwischen Maie und dem Vater ihres Kindes zu erreichen. Darin wird der Unterhalt geregelt. Die Summe ist abhängig von den Bedürfnissen von Michael und den Finanzen des Vaters. Denkst du, dass er kommt? Das ist die Frage. Wird er erscheinen? Ich habe ihn seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Wenn er nicht kommt, wird der Staatsanwalt eine Ermittlung einleiten. Wenn er dann der Vorladung nicht folgt, wird ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Ich habe ihn über alles informiert. Es hängt von ihm ab. Der Vater von Michael ist nicht aufgetaucht. Paolo hatte es geahnt. Doch auf den Philippinen ist Kindesvernachlässigung eine Straftat. Dem Vater droht das Ausreiseverbot und in der Folge eine Gefängnisstrafe. Zurück zu Grace. Gerichtsverfahren interessieren sie nicht. Sie will nur ihren Vater kennenlernen. Sie hat sich schon ein Bild von der Schweiz gemacht. Warte, Tante, ich mache etwas. Was denn? Ich vermische es. Das wird fantastisch. Es ist braun. Es ist Schokolade. Hättest du gern Schweizer Schokolade? Ja. Wie stellst du dir die Schweiz vor? Da ist es super. Es ist kalt und es gibt Schnee. Gibt es da wirklich Schnee? Ja. Magst du Schnee? Ja. Was wirst du in der Schweiz tun? Ich fliege mit dem Flugzeug hin. Dort besuche ich meinen Vater. Er wird mir Geschenke geben. Spielzeug zum Beispiel. Ich werde ihn fragen, wie es ihm geht und ihm sagen, du fehlst mir, ich hab dich lieb. Wenn ich groß bin, gebe ich meine Geschenke anderen Kindern. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Diese Männer machen mich wütend, weil sie ihre eigenen Gefühle verdrängen. Eigentlich hätten viele gern Kontakt zu ihren Kindern, aber ihnen steht immer etwas im Wege. Es ist armselig, wie sie vor der Realität und ihrer Verantwortung fliehen. Ich weiss, es ist ein starkes Wort, aber für mich hat das etwas Bösartiges. Sie lassen ihr Kind im Stich und dieses fragt sich den Rest seines Lebens, wer ist mein Vater? Für Paolo Fuller ist es unerlässlich, dass Grace ihren Vater kennenlernt. Zusammen mit der Nichtregierungsorganisation, die Mary Ann und Grace psychologisch betreut, organisiert das Filmteam ihre Reise in die Schweiz. Grace kann endlich das Land ihres Vaters kennenlernen. Alle sind gekommen, um sich zu verabschieden. Grace freut sich, für ihre Mutter ist es schwieriger. Jetzt, vor meiner Reise in die Schweiz, bin ich traurig und habe etwas Angst vor dem Moment, in dem ich den Vater meiner Tochter sehe. Wenn ich ihn treffen kann, werde ich sehen, was passiert. ... Mama, es regnet Schnee. Nein, das ist Eis. Wo geht es hier rein? Wir müssen die Türe finden. Das Filmteam hat eine Hütte gemietet, um ein Treffen mit dem Vater von Grace zu ermöglichen. Ist das unser Haus? Es ist wirklich schön. Wow, eine Küche für reiche Leute. Nein, der Lichtschalter ist drinnen. Willst du oben oder unten schlafen? Unten. Nein, du schläfst oben. Oben bekomme ich Angst. Jetzt, wo ich hier bin, weiss ich nicht, wie ich auf ihn zugehen soll. Ich fühle mich gestresst. Es ist sein Territorium. Wie soll ich ihm erklären, was ich ihm seit sieben Jahren sagen will? Was ist denn? Was ist denn? Es ist hart. Am Abend ruft Marianne den Vater von Grace an. Hallo, wer ist da? Wie geht es dir? Kennst du mich noch? Wer ist am Apparat? Maria. Maria, ich bin es, Maria. Erinnerst du dich an mich? Ich wusste, dass er auflegt. Er hat gefragt, wer am Apparat ist. Ich habe zweimal meinen Namen gesagt, dann hat er aufgelegt. Ich weiss nicht, warum. Wissen Sie wirklich nicht, warum er nicht mit Ihnen reden will? Am nächsten Tag erzählt Mary Ann, dass sich der Vater von Grace am Anfang um seine Tochter kümmern wollte. Sechs Monate lang schickte er ihr Geld. Insgesamt 2500 Euro. Von dem Geld ist nichts geblieben. Ich brauchte ein Zuhause für die Kleine. Wir konnten doch nicht auf der Strasse leben. Sein Geld ist weg, weil ich Boden gekauft und ein Haus gebaut habe. Wer wohnte in dem Haus? Mein Vater, meine zwei Brüder, meine Schwester, ich und sie. Ich beherbergte meinen Vater, weil er mir fehlte. Ich hatte ihn 14 Jahre nicht gesehen. Auch Grace hat ihren Vater sieben Jahre nicht gesehen. Das ist meine Geschichte und sie ist traurig. Aber damit hat der Vater von Grace nichts zu tun. Ich weiss, es ist nicht sein Problem, aber er könnte es trotzdem verstehen. Mein Vater hatte Krebs und lag im Sterben. Das Haus der Eltern war abgebrannt. Mary Ann musste ihnen helfen. Ich versuchte es zu verstehen. Ich fragte andere, ob sie es mir erklären könnten. Ich fragte sie, warum kommt er nicht zurück? Ich wusste nicht, wie ich zu Geld kommen sollte. Ich musste allein zurechtkommen und schwer arbeiten für mein Kind. Ich versuchte, Kontakt mit ihm aufzunehmen und bat, ihn zurückzukommen, aber er wollte nicht. Ich weiss nicht, warum. Von ihrem Vater hat Grace nur ein Foto. Zeig es. Das ist mein Papa. Ich liebe dich, Papa. Ein Vater, der Sex-Tourist ist, und eine Mutter, die in der Bar arbeitet. Kinder wie Grace gibt es auf den Philippinen Zehntausende. Mary Ann will nicht mehr als Prostituierte arbeiten. Sie wäscht die Kleider der Nachbarn und hofft, so genug Geld verdienen zu können. Sie will ihre Tochter vor dem gleichen Schicksal bewahren. Ich sage den Mädchen immer, ihr werdet nie in einer Bar arbeiten. Aber ich habe Angst. Ich muss sie schützen. Ich lasse nicht zu, dass ihnen, wie mir, ein Mann das Herz bricht. Du lernst jemanden kennen, ist nett zu dir, und dann geht er einfach. Sie gehen alle. Deshalb will ich, dass die Mädchen zur Schule gehen. Das Beste, was ich ihnen geben kann, ist eine Ausbildung. Aber die Schule ist teuer. Mary Ann verdient nicht genug Geld, um Grace eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Andern Tags besuchen zwei Sozialarbeiterinnen Mary Ann. Sie hat sie um Hilfe gebeten. Sie will, dass der Vater von Grace endlich Alimente zahlt. Das Schlimmste war die Regenzeit. Es war kalt. Und ich hatte keine Decke, kein Kissen. Am schwierigsten war für mich, dass ich allein auf der Straße war und wusste, dass meine Mutter in einem Bett schlief. Die beiden hatten zu essen. Sie lebten zusammen, ich war allein auf der Straße. Sie hatten Platz, ich hätte bei ihnen schlafen können. Das war am schlimmsten für mich. Sie fragten sich nicht mal, ob ich noch lebte. Mein Vater hatte viel Geld und war vielleicht dabei, Bier zu trinken und Spaß zu haben. Und ich war auf der Straße. Dieser Gedanke war unerträglich. Ich finde, die Amerikaner und Europäer sollten es vermeiden, Kinder zu zeugen, wenn sie hierher kommen. Sie können sich amüsieren, sexuelle Dienste kaufen, dürfen aber keine Kinder zeugen. Paolo Fuller ist empört über die Ungerechtigkeit, die Prostituierte und ihre Kinder erfahren. Daher geht er bis zum Äussersten, um die Väter zu finden. Er ist einem Deutschen auf der Spur, der einen Sohn mit einer Bartänzerin hat. Mithilfe von zwei seiner Soziologiestudentinnen will Paolo Fuller ihn zur Rede stellen. Ich hatte einen intensiven SMS-Austausch mit ihm. Ich habe mich für eine Frau ausgegeben. Er meint, ich wolle ihn kennenlernen. Er hat den Köder geschluckt, er ist interessiert. Das schreibt er in seiner letzten SMS. Wir müssen ihn heute treffen. Kannst du dich als diese Frau ausgeben und hier ein Treffen mit ihm ausmachen? Wenn möglich heute Abend? So kann ich ihm die Gerichtsvorladung aushändigen. Paolo Fullers Trick funktioniert. Nach anfänglichem Zögern ist der Deutsche einverstanden, die Frau zu treffen. Wie heissen Sie? Sind Sie das? Was ist das? Das ist ein Dokument vom Staatsanwalt. Eine Anhörung zu einer Schlichtung. Sie sind für morgen 3 Uhr vorgeladen. Was soll das? Ich vertrete Frau May Sahil-Juan. Es geht um das Regeln der Alimente. Das ist die Frage. Wird er erscheinen? Ich habe ihn seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Wenn er nicht kommt, wird der Staatsanwalt eine Ermittlung einleiten. Wenn er dann der Vorladung nicht folgt, wird ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Ich habe ihn über alles informiert. Es hängt von ihm ab. Der Vater von Michael ist nicht aufgetaucht. Paolo hatte es geahnt. Doch auf den Philippinen ist Kindesvernachlässigung eine Straftat. Dem Vater droht das Ausreiseverbot und in der Folge eine Gefängnisstrafe. Zurück zu Grace. Gerichtsverfahren interessieren sie nicht. Sie will nur ihren Vater kennenlernen. Sie hat sich schon ein Bild von der Schweiz gemacht. Warte, Tante, ich mache etwas. Was denn? Ich vermische es. Das wird fantastisch. Es ist braun. Es ist Schokolade. Hättest du gern Schweizer Schokolade? Ja. Wie stellst du dir die Schweiz vor? Da ist es super. Es ist kalt und es gibt Schnee. Gibt es da wirklich Schnee? Ja. Magst du Schnee? Ja. Was wirst du in der Schweiz tun? Ich fliege mit dem Flugzeug hin. Dort besuche ich meinen Vater. Er wird mir Geschenke geben. Spielzeug zum Beispiel. Ich werde ihn fragen, wie es ihm geht und ihm sagen, du fehlst mir, ich habe dich lieb. Wenn ich gross bin, gebe ich meine Geschenke anderen Kindern. Diese Männer machen mich wütend, weil sie ihre eigenen Gefühle verdrängen. Eigentlich hätten viele gern Kontakt zu ihren Kindern, aber ihnen steht immer etwas im Wege. Es ist armselig, wie sie vor der Realität und ihrer Verantwortung fliehen. Ich weiss, es ist ein starkes Wort, aber für mich hat das etwas Bösartiges. Sie lassen ihr Kind im Stich und dieses fragt sich den Rest seines Lebens, wer ist mein Vater? Für Paolo Fuller ist es unerlässlich, dass Grace ihren Vater kennenlernt. Zusammen mit der Nichtregierungsorganisation, die Mary Ann und Grace psychologisch betreut, organisiert das Filmteam ihre Reise in die Schweiz. Grace kann endlich das Land ihres Vaters kennenlernen. Alle sind gekommen, um sich zu verabschieden. Hier finden diese Männer, was sie suchen. Die Frauen in Angeles City haben den Ruf, natürlich und preiswert zu sein. Mit versteckter Kamera betrat das Filmteam eine der Bars. Die Frauen sind jung und wirken unverdorben, weit entfernt vom Klischee der Prostituierten. Aber viele von ihnen haben Kinder von Kunden. Auch Priscilla, die Tänzerin mit dem Bikini-Oberteil. Seit sie 15 ist, arbeitet sie in Bars. Sie hat zwei Kinder von zwei Touristen. Wie die anderen Frauen trägt sie einen Ausweis. Es ist ein Gesundheitsschein, der obligatorisch ist. Jede Woche muss sie sich von einem Arzt untersuchen lassen, um sicherzugehen, dass sie keine Geschlechtskrankheiten hat. Eine Sauberkeitsgarantie, für die sie extra zahlen muss. Wie viel zahlen Sie pro Woche für das Zertifikat? 100 Pesos. Wie viel hat die erste Ausstellung gekostet? 1500 Pesos. Das zahlt die Barbetreiberin. Ich erstatte ihr das Geld zurück. Kein Aids, keine Geschlechtskrankheiten. Die Folge, viele Kunden fordern ungeschützten Geschlechtsverkehr. Verhütungsmittel sind zu teuer für die Frauen. Priscilla kann nur beten, dass sie nicht wieder schwanger wird. Sie lebt in einem Slum von Angeles City. Komm her! Das ist meine Tochter Maxine. Das ist meine Mutter. Wir leben hier alle zusammen. Wie viel Miete bezahlen Sie? 1'200 Pesos. Dazu kommen Strom und Wasser. Als Tänzerin hat ihr die Ausweise abgenommen. Hast du Mami Veng gesehen? Hast du Mami Veng gesehen? Noch nicht. Kannst du sie anrufen? Ich habe ihre Nummer nicht. Dank der Anwesenheit des Filmteams lässt Priscillas Chefin sie endlich in die Bar. In einer Tasche sind die Ausweise aller Tänzerinnen. Priscilla findet ihren nicht, aber eine Geburtsurkunde. Damit wird sie reisen können. Das letzte Mal war Priscilla mit vier Jahren auf der Insel Mindanao. Hier ist sie eine Fremde. Ich kenne mich hier nicht aus. Können Sie mir weiterhelfen? Wen suchen Sie? Die Familie Kandari. Ich heisse Kandari. Du bist ein Kandari? Das ist deine Cousine. Wer sucht die Kandaris? Ich. Meine Mutter heisst Norma. Du bist Normas Tochter. Dann sind wir Cousinen. Cousin Edrin bringt dich zu deiner Familie. Ich suche mein Baby. Alle Kandaris leben hier. Keine Sorge. Das ist die Tochter von Tante Norma. Tante Norma? Was ist denn los? Unterhalten wir uns drinnen. Ich suche mein Kind. Eine Frau hat sich als Anna Kandari ausgegeben. Ich vertraute ihr mein Baby an, das einen englischen Vater hat. Sie sagte, dass sie hier wohnt. Ich habe ein Foto, habe es aber nicht dabei. Kennst du diese Tante Anna? Ich habe Schwestern und Brüder. Einer in Angeles City ist gestorben. Die Grossmutter tut zuerst, als hätte sie nicht verstanden. Doch dann beantwortet sie Priscillas Frage. Es gibt keine Anna in der Familie. Ich wollte herausfinden, ob mein Kind hier ist. Aber sie sagt, es ist nicht hier. Ich will nur meine Tochter wiederfinden. Priscilla realisiert, dass ihr Kind verschwunden ist. Kinderraub ist auf den Philippinen keine Seltenheit. Zu kümmern, es ist ja nicht mal sicher, ob das überhaupt mein Sohn ist. Da geht es schon mal los, das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, dass die Mutter mehrere Kinder hat und sozusagen kein Einkommen oder eigentlich gar nichts. Und einfach nur an philippinische Mütter, die 20 Jahre in der Bar gearbeitet haben und jeden Tag andere Kunden haben und dann von einem der Kunden behaupten, dass es der Sohn ist, weil es der Einzige ist, der hier lebt und die von dem Geld schnüffelt. Sie wissen ja gar nicht, was hier los ist. Es muss erst mal überprüft werden, dass das mein Sohn wirklich ist. Warst ihr nicht eine Weile zusammen? Nein. Es war ein einziger Abend, an dem ich betrunken war und das war alles. Dafür schimm ich mich nicht. Bis heute noch. Andern Tags erscheint Mai pünktlich zum Schlichtungstermin. Sie hat ihren Sohn Michael mitgebracht. Der Termin ist entscheidend. Unterhaltszahlungen würden alles ändern. Wie geht es dir? Endlich sind wir hier. Und gestern Abend? Er hat mich angerufen. Was hat er gesagt? Er sagte, bist du verrückt geworden? Warum hast du mich angeschwärzt? Warum lädst du das Fernsehen ein? Ich habe nichts gesagt und aufgehängt. Das ist das Beste. Gar nicht darauf eingehen. Verzeih, wenn ich das so sage, aber er hat einen Haufen Scheisse erzählt. Das tut er, wenn er betrunken ist. Er wird wohl auch heute Scheisse erzählen. Das ist mir egal. Lass dich nicht einschüchtern, auch wenn er dich beleidigt. Bleib einfach bei der Sache. Das ist die Geburtsurkunde vom Vater unterschrieben. Kann ich sie sehen? Das muss ich mir anschauen. Wo ist die Unterschrift? Ah, hier. Mutter, Vater, alles da. Das ist ein sehr starker Beweis für den Staatsanwalt. Er ist der rechtliche Vater. Das heutige Ziel ist es, vor dem Staatsanwalt eine Einigung zwischen Mai und dem Vater ihres Kindes zu erreichen. Darin wird der Unterhalt geredet. Die Summe ist abhängig von den Bedürfnissen von Michael und den Finanzen des Vaters. Denkst du, dass er kommt? Das ist die Frage. Wird er erscheinen? Ich habe ihn seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Wenn er nicht kommt, wird der Staatsanwalt eine Ermittlung einleiten. Wenn er dann der Vorladung nicht folgt, wird ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Dann ist es einfach. Wir bringen sie vor Gericht wegen Kindsvernachlässigung. Das Gesetz ist eindeutig. Väter müssen zahlen, egal, ob die Mutter ihre Frau oder Geliebte ist. Das spielt vor Gericht keine Rolle. Es gibt zudem eine neue internationale Konvention namens RIMO. Gegen 90 Länder haben sie unterzeichnet, auch die Philippinen und die Schweiz. Die Konvention ermöglicht, Väter in diesen Ländern wegen Kindsvernachlässigung zu belangen. Für Mary Ann ist es das Beste, den Vater zu finden und ihn mit seiner Verantwortung zu konfrontieren. Paolo Fuller wird Mary Ann bei der Suche nach dem Vater von Grace unterstützen. Sein Engagement hat Gründe. Auch er ist ein Kind der Prostitution. Sein Vater war ein Kunde seiner Mutter. Diese setzte ihn aus. Mit fünf Jahren adoptierte ihn ein englisches Paar. Paolo Fuller ist Soziologe. Er unterrichtet an der Universität von Oxford und an einer Sozialarbeiterschule in Angeles City. Hallo, ich heisse Paolo. Lovely. Lovely. Jay. Jay, Paolo. Ich war gerade in der Nähe. Und mich begrüsst du nicht? Entschuldige. Ich bin Raisa. Ich bin Paolo. Seit zehn Jahren versucht Paolo Fuller, die Beziehungen zwischen Prostituierten und ihren Kunden zu verstehen. Die Männer, die nur Sex wollen, gehen nach Thailand. Dieses Land ist perfekt für One-Night-Stands. Sextouristen, die auf die Philippinen kommen, wollen erleben, wie es ist, eine Freundin zu haben. Das heisst, sie buchen eine Frau für längere Zeit. Manch einer will den ganzen Urlaub mit ihr verbringen und bezahlt sie für ein bis drei Wochen, damit sie mit ihm Ferien macht, anstatt in der Bar zu arbeiten. Dadurch kommen sich die beiden näher. Viele Frauen hoffen, dass die Beziehung zum Sextouristen mehr wird als nur ein bezahltes Verhältnis. Sie hoffen, dass er sie heiratet, sie aus der Armut befreit und von den Philippinen fortbringt. Natürlich denken die Männer anders. Sie wollen letztlich nur Sex. Die Begegnungen finden in Bars wie dieser in Angeles City statt. Die gesamte Stadt lebt vom Sex. Ausnahmslos alle Touristen sind Männer. Europäer, Amerikaner, Australier. Und alle wollen nur das eine, Sex. Hier finden diese Männer, was sie suchen. Die Frauen in Angeles City haben den Ruf, natürlich und preiswert zu sein. Mit versteckter Kammer reut sich. Für ihre Mutter ist es schwieriger. Jetzt, vor meiner Reise in die Schweiz, bin ich traurig und habe etwas Angst vor dem Moment, in dem ich den Vater meiner Tochter sehe. Wenn ich ihn treffen kann, werde ich sehen, was passiert. Was passiert ist, was passiert ist. Ich bin von einer Nacht und da versuchte ich. Okay, ich bin dabei. Und ich bin dran. Ich bin dran. Okay, ich bin dran. Es regnet Schnee. Nein, das ist Eis. Wo geht es hier rein? Wir müssen die Türe finden. Das Filmteam hat eine Hütte gemietet, um ein Treffen mit dem Vater von Grace zu ermöglichen. Ist das unser Haus? Es ist wirklich schön. Wow, eine Küche für reiche Leute. Nein, der Lichtschalter ist drinnen. Willst du oben oder unten schlafen? Unten. Nein, du schläfst oben. Oben bekomme ich Angst. Jetzt, wo ich hier bin, weiss ich nicht, wie ich auf ihn zugehen soll. Ich fühle mich gestresst. Es ist sein Territorium. Wie soll ich ihm erklären, was ich ihm seit sieben Jahren sagen will? Es ist hart. Am Abend ruft Mary Ann den Vater von Grace an. Hallo, wie geht es dir? Hallo, sie ist da? Maria. Maria, ich bin es, Maria. Erinnerst du dich an mich? Acht Quadratmeter für vier Personen. In diesem kleinen Raum wird der Alltag zur Herausforderung. Wir legen den Karton hier hin, holen den Teppich von draussen und die beiden Mädchen setzen sich drauf. Komm her. So machen sie ihre Hausaufgaben. Und wie schlaft ihr? Zu viert in diesem Bett. In diese Richtung? Mit den Füssen draussen? Genau, die Füsse schauen raus. Sie schläft neben mir, das andere Mädchen neben Cheryl. Ihre Kinder ziehen sie gemeinsam gross. Die beiden Ex-Prostituierten sind ein Paar. Sie haben genug von Männern. Aber Marianne kann den Vater ihrer Tochter, den damals 40 Jahre alten Schweizer, nicht vergessen. Ich lernte ihn kennen, als ich 18 oder 19 war. Ich arbeitete als Kellnerin in einer Bar. Am Anfang hatten wir keine ernsthafte Beziehung. Ich wusste nicht, ob ich ihm vertrauen konnte. Aber 2002 kam er zurück und wir waren wieder zusammen. Da stellte er mir eine wichtige Frage. Er fragte mich, magst du mich? Ich sagte ihm, ich müsse nachdenken. 2004 brachte er mir Schokolade und Blumen mit. Dann flog er wieder in die Schweiz zurück. Dann bekam ich meine Regeln nicht mehr. Ich war schwanger von ihm. Ich machte mir Sorgen, denn er war nicht hier. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich erwartete ein Kind von ihm. Er wusste es, aber ich hatte keine Ahnung, ob er zurückkommen würde und ob er mich wieder sehen wollte. Ich habe viel geweint. Ich war traurig. Dann kamen die Babys zur Welt. Es waren Zwillinge. Der Junge starb. Nur das Mädchen hat überlebt. Er hat uns verlassen. Er hat mich und seine Tochter vergessen. Deshalb arbeitete ich in der Bar. Wegen meiner Tochter. Wen suchen Sie? Die Familie Kandari. Ich heisse Kandari. Du bist ein Kandari? Das ist deine Cousine. Wer sucht die Kandaris? Ich. Meine Mutter heisst Norma. Du bist Normas Tochter. Dann sind wir Cousinen. Cousin Edrin bringt dich zu deiner Familie. Ich suche mein Baby. Alle Kandaris leben hier. Keine Sorge. Das ist die Tochter von Tante Norma. Tante Norma? Was ist denn los? Unterhalten wir uns drinnen. Ich suche mein Kind. Eine Frau hat sich als Anna Kandari ausgegeben. Ich vertraute ihr mein Baby an, das einen englischen Vater hat. Sie sagte, dass sie hier wohnt. Ich habe ein Foto, habe es aber nicht dabei. Kennst du diese Tante Anna? Ich habe Schwestern und Brüder. Einer in Angeles City ist gestorben. Die Grossmutter tut zuerst, als hätte sie nicht verstanden. Doch dann beantwortet sie Prisillas Frage. Es gibt keine Anna in der Frau. . Billig, schnell, Frauen ohne große Ansprüche, Sextourismus in Asien. Auch auf den Philippinen prostituieren sich junge Frauen, um überleben zu können. Viele werden schwanger, da sie sich Verhütungsmittel nicht leisten können. Die Frauen bleiben allein zurück mit ihrem Nachwuchs. Und ihre Kinder werden gehänselt, weil ihre Haut zu weiss ist. Doch immer mehr Mütter versuchen, die Väter ihrer Kinder zu finden, um sie zur Kasse zu bitten. Manchmal führt ihre Suche sie bis in die Schweiz. Die Geschichte von Mary Ann und ihrer Tochter Grace. . Es war kalt und ich hatte keine Decke, kein Kissen. Am schwierigsten war für mich, dass ich allein auf der Straße war und wusste, dass meine Mutter in einem Bett schlief. Die beiden hatten zu essen. Sie lebten zusammen, ich war allein auf der Straße. Sie hatten Platz, ich hätte bei ihnen schlafen können. Das war am schlimmsten für mich. Sie fragten sich nicht mal, ob ich noch lebte. Mein Vater hatte viel Geld und war vielleicht dabei, Bier zu trinken und Spaß zu haben. Und ich war auf der Straße. Dieser Gedanke war unerträglich. Ich finde, die Amerikaner und Europäer sollten es vermeiden, Kinder zu zeugen, wenn sie hierher kommen. Sie können sich amüsieren, sexuelle Dienste kaufen, dürfen aber keine Kinder zeugen. Paolo Fuller ist empört über die Ungerechtigkeit, die Prostituierte und ihre Kinder erfahren. Daher geht er bis zum Äussersten, um die Väter zu finden. Er ist einem Deutschen auf der Spur, der einen Sohn mit einer Bartänzerin hat. Mithilfe von zwei seiner Soziologiestudentinnen will Paolo Fuller ihn zur Rede stellen. Ich hatte einen intensiven SMS-Austausch mit ihm. Ich habe mich für eine Frau ausgegeben. Er meint, ich wolle ihn kennenlernen. Er hat den Köder geschluckt, er ist interessiert. Das schreibt er in seiner letzten SMS. Wir müssen ihn heute treffen. Kannst du dich als diese Frau ausgeben und hier ein Treffen mit ihm ausmachen? Wenn möglich heute Abend? So kann ich ihm die Gerichtsvorladung aushändigen. Paolo Fullers Trick funktioniert. Nach anfänglichem Zögern ist der Deutsche einverstanden, die Frau zu treffen. Wie heissen Sie? Sind Sie das? Was ist das? Das ist ein Dokument vom Staatsanwalt. Eine Anhörung zu einer Schlichtung. Sie sind für morgen 3 Uhr vorgeladen. Was soll das? Ich vertrete Frau May Sahil-Juan. Es geht um das Regeln der Alimente. Morgen, 15 Uhr, in der Staatskanzlerin. Im Internet ist der Mann ein Unbekannter. Es ist nicht viel über ihn zu finden. Nichts. Ich wäre nicht überrascht, wenn er wüsste, dass er, wie soll ich sagen, am anderen Ende der Welt etwas zu regeln hat. Die einen Ausländer leben hier, die anderen nicht. Sind sie hier in den Philippinen, ist es einfach. Wir bringen sie vor Gericht wegen Kindsvernachlässigung. Das Gesetz ist eindeutig. Väter müssen zahlen, egal ob die Mutter ihre Frau oder Geliebte ist. Das spielt vor Gericht keine Rolle. Es gibt zudem eine neue internationale Konvention namens RIMO. Gegen 90 Länder haben sie unterzeichnet, auch die Philippinen und die Schweiz. Die Konvention ermöglicht, Väter in diesen Ländern wegen Kindsvernachlässigung zu belangen. Für Mary Ann ist es das Beste, den Vater zu finden und ihn mit seiner Verantwortung zu konfrontieren. Paolo Fuller wird Mary Ann bei der Suche nach dem Vater von Grace unterstützen. Sein Engagement hat Gründe. Auch er ist ein Kind der Prostitution. Sein Vater war ein Kunde seiner Mutter. Diese setzte ihn aus. Mit fünf Jahren adoptierte ihn ein englisches Paar. Paolo Fuller ist Soziologe. Er unterrichtet an der Universität von Oxford und an einer Sozialarbeiterschule in Angeles City. Hallo, ich heisse Paolo. Lovely. Lovely. Jay. Jay, Paolo. Ich war gerade in der Nähe. Und mich? Familie. Ich wollte herausfinden, ob mein Kind hier ist, aber sie sagt, es ist nicht hier. Ich will nur meine Tochter wiederfinden. Ich will get my daughter back. Priscilla realisiert, dass ihr Kind verschwunden ist. Kinderraub ist auf den Philippinen keine Seltenheit. In der ultrakatholischen Gesellschaft werden Frauen wie Priscilla wie Aussätzige behandelt. Prostitution ist offiziell verboten. Doch der Staat sieht weg, da die Wirtschaft davon abhängig ist. 400'000 Frauen sind Prostituierte und werden dafür verachtet. Das Gleiche gilt für ihre Kinder. Der Vater von Michael ist nicht aufgetaucht. Paolo hatte es geahnt. Doch auf den Philippinen ist Kindesvernachlässigung eine Straftat. Dem Vater droht das Ausreiseverbot und in der Folge eine Gefängnisstrafe. Zurück zu Grace. Gerichtsverfahren interessieren sie nicht. Sie will nur ihren Vater kennenlernen. Sie hat sich schon ein Bild von der Schweiz gemacht. Warte, Tante, ich mache etwas. Was denn? Ich vermische es. Das wird fantastisch. Es ist braun. Es ist Schokolade. Hättest du gern Schweizer Schokolade? Ja. Wie stellst du dir die Schweiz vor? Da ist es super. Es ist kalt und es gibt Schnee. Gibt es da wirklich Schnee? Ja. Magst du Schnee? Ja. Was wirst du in der Schweiz tun? Ich fliege mit dem Flugzeug hin. Dort besuche ich meinen Vater. Er wird mir Geschenke geben. Spielzeug zum Beispiel. Ich werde ihn fragen, wie es ihm geht und ihm sagen, du fehlst mir, ich hab dich lieb. Wenn ich groß bin, gebe ich meine Geschenke anderen Kindern. Diese Männer machen mich wütend, weil sie ihre eigenen Gefühle verdrängen. Eigentlich hätten viele gern Kontakt zu ihren Kindern, aber ihnen steht immer etwas im Wege. Es ist armselig, wie sie vor der Realität und ihrer Verantwortung fliehen. Ich weiss, es ist ein starkes Wort, aber für mich hat das etwas Bösartiges. Sie lassen ihr Kind im Stich und dieses fragt sich den Rest seines Lebens, wer ist mein Vater? Für Paolo Fuller ist es unerlässlich, dass Grace ihren Vater kennenlernt. Zusammen mit der Nichtregierungsorganisation, die Mary Ann und Grace psychologisch betreut, organisiert das Filmteam ihre Reise in die Schweiz. Grace kann endlich das Land ihres Vaters kennenlernen. Alle sind gekommen, um sich zu verabschieden. Grace freut sich, für ihre Mutter ist es schwieriger. Jetzt, vor meiner Reise in die Schweiz, bin ich traurig und habe etwas Angst vor dem Moment, in dem ich den Vater meiner Tochter sehe. Wenn ich ihn treffen kann, werde ich sehen, was passiert. Les, fröhlich. drei, zwei, drei, 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 drei. Mama, es regnet Schnee. Nein, das ist Eis. Wo geht es hier rein? Wir müssen die Türe finden. Das Filmteam hat eine Hütte gemietet, um ein Treffen mit dem Vater von Grace zu ermöglichen. Ist das unser Haus? Es ist wirklich schön. Wow. Wow, eine Küche für reiche Leute. Nein, der Lichtschalter ist drinnen. Willst du oben oder unten schlafen? Unten. Nein, du schläfst oben. Oben bekomme ich Angst. Jetzt, wo ich hier bin, weiss ich nicht, wie ich auf ihn zugehen soll. Ich fühle mich gestresst. Es ist sein Territorium. Wie soll ich ihm erklären, was ich ihm seit sieben Jahren sagen will? Es ist hart. Am Abend ruft Mary Ann den Vater von Grace an. Hallo, wer ist da? Wie geht es dir? Kennst du mich noch? Wer ist am Apparat? Maria. Maria, ich bin es, Maria. Erinnerst du dich an mich? Ich wusste, dass er aufliegt. Er hat gefragt, wer am Apparat ist. Das heißt, wer bist du? Hey, wer ist das? Als Tänzerin verdient Priscilla umgerechnet 35 Euro im Monat. Damit kann sie ihre Familie nicht ernähren. Der Vater, ein 60-jähriger Australier, zahlt keinerlei Unterhalt für seine Tochter, obschon er von ihrer Existenz weiss und regelmässig auf die Philippinen kommt, um sich mit anderen Frauen zu treffen. Priscilla ist zu einem Nebenerwerb gezwungen. Ich sammle Sachen aus Plastik, zum Beispiel Flaschen. Und Metall. Was ich halt auf der Straße oder bei den Nachbarn finde. Dann verkaufe ich es auf der Deponie. Wie viel verdienen Sie für einen Sack? Manchmal 75 Pesos. Für das hier bekomme ich rund 40 Pesos. Das ist nicht viel. 40 Pesos. Das ist nicht viel. 40 Pesos sind weniger als ein Euro. Das Geld braucht Priscilla sofort. Sie muss Reis für das heutige Essen kaufen. Doch nach dem Wiegen bringt ihr Sammelgut nur noch die Hälfte ein. In ihrer Notlage vertraute Priscilla ihr zweites Kind kurz nach der Geburt einer angeblichen Tante an. Das war vor einem Jahr. Seither hat sie nichts von ihm gehört. Priscilla macht sich grosse Sorgen. Sie will auf die Insel Mindanao fahren, wo ihre angebliche Tante lebt. Um reisen zu können, braucht sie ihre Identitätskarte. Doch die Barinhaberin, ihre Zuhälterin, hat ihr die Ausweise abgenommen. Hast du Mami Weng gesehen? Hast du Mami Weng gesehen? Noch nicht. Kannst du sie anrufen? Ich habe ihre Nummer nicht. Dank der Anwesenheit des Filmteams lässt Priscillas Chefin sie endlich in die Bar. In einer Tasche sind die Ausweise aller Tänzerinnen. Priscilla findet ihren nicht, aber eine Geburtsurkunde. Damit wird sie reisen können. Das letzte Mal war Priscilla mit vier Jahren auf der Insel Mindanao. Hier ist sie eine Fremde. Ich kenne mich hier nicht aus. Können Sie mir weiterhelfen? Wen suchen Sie? Die Familie Kandari. Ich heisse Kandari. Du bist ein ... Wir sind mit ihrer Tochter hier. Sie ist im Auto. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss weg. Was soll ich tun? Er hat uns abgewiesen. Er will nicht reden. Da kann man nichts machen. Haben Sie es gesehen? Er hat uns die Tür vor der Nase zugemacht. Er war es. Er hat die gleiche Frisur. Er ist älter geworden, aber er ist es. Bei ihm ist es sinnlos, es weiterzuprobieren. Ich kann das nur Gott überlassen. Der Vater von Grace verlässt das Haus. Das Filmteam stellt ihn zur Rede. Ist es so schwierig? Wenn ich nicht ihr Vater bin, wird es heikel. Vielleicht gewinnt sie mich lieb. Und dann? Ich kenne ihre Mutter sehr gut. Auf den Philippinen haben wir zusammen gelebt, in meinem Haus. Es war eine Katastrophe. Am Morgen kamen alle von ihrer Familie zum Essen. Ich habe gesagt, sie sei schwanger, hatte ich es schon akzeptiert. Ich sagte ihr, ich helfe dir ein bisschen, aber du musst sparen. Ich habe eine Freundin in Olongapo. Ich habe mit ihr telefoniert. Ab und zu treffe ich sie auch hier. Sie sagte mir, es bringt nichts mehr zu schicken. Sie verbraucht eh alles. Man kennt diese Leute. Sie bekommen nichts auf die Reihe. Doch er willigt ein, seine Tochter zu sehen. Das ist dein Papa. Gibst du ihm die Hand? Sie ist schüchtern. Das ist normal. Sie sieht mich zum ersten Mal. Es ist stressig für sie. Du kannst ihr die Hand geben und halten. Warum zieht eine so ein Gesicht? Sie ist traurig. Die anderen wollen nicht mit ihr spielen. Das macht sie wütend. Ist dein Vater auch drauf? Er ist da. Was tut er? Nichts. Er liegt nur da. Und das bist du? Ja. Und wenn er dich nicht sehen will? Er tut, was er will. Vielleicht macht er uns die Tür gar nicht auf. Wenn doch, dann können wir endlich mit ihm reden. Ich habe nur vor etwas Angst, dass er noch mal gemein ist zu Mama. Er ist weggegangen. Er hat uns allein gelassen. Grace ist acht Jahre alt und Philippiner. Sie ist 10'000 km geflogen, um in der Schweiz ihren Vater zu suchen, den sie nicht kennt. Einige Wochen vorher, auf den Philippinen. Die Hände nach vorn. In ihrer Schule in Olongapo ist Grace eine Aussenseiterin. Und das nur, weil ihre Haut zu weiss ist. Wenn wir die Nationalhymne singen, müsst ihr rein und zusammensingen. Kinder wie Grace nennt man hier Milchfische. Jeder weiss, dass sie Kinder des Sextourismus sind. Das belastet Grace sehr. Magst du deine Schulkameraden? Nein. Warum magst du sie nicht? Manchmal schlagen sie mich. Sie sagen, ich sei Amerikanerin, deswegen hänseln sie mich. Meine Haut ist zu hell. Was sagen sie? Meine Mutter sei eine Nutte. Tut es dir weh, wenn sie das sagen? Sie fragten sich nicht mal, ob ich noch lebte. Mein Vater hatte viel Geld und war vielleicht dabei, Bier zu trinken und Spaß zu haben. Und ich war auf der Straße. Dieser Gedanke war unerträglich. Ich finde, die Amerikaner und Europäer sollten es vermeiden, Kinder zu zeugen, wenn sie hierher kommen. Sie können sich amüsieren, sexuelle Dienste kaufen, dürfen aber keine Kinder zeugen. Und he Wolen nicht, die aber noch nicht. Paolo Fuller ist empört über die Ungerechtigkeit, die Prostituierte und ihre Kinder erfahren. Daher geht er bis zum Äussersten, um die Väter zu finden. Er ist einem Deutschen auf der Spur, der einen Sohn mit einer Bartänzerin hat. Mithilfe von zwei seiner Soziologiestudentinnen will Paolo Fuller ihn zur Rede stellen. Ich hatte einen intensiven SMS-Austausch mit ihm. Ich habe mich für eine Frau ausgegeben. Er meint, ich wolle ihn kennenlernen. Er hat den Köder geschluckt, er ist interessiert. Das schreibt er in seiner letzten SMS. Wir müssen ihn heute treffen. Kannst du dich als diese Frau ausgeben und hier ein Treffen mit ihm ausmachen? Wenn möglich heute Abend? So kann ich ihm die Gerichtsvorladung aushändigen. Paolo Fullers Trick funktioniert. Nach anfänglichem Zögern ist der Deutsche einverstanden, die Frau zu treffen. Wie heissen Sie? Sind Sie das? Was ist das? Das ist ein Dokument vom Staatsanwalt. Eine Anhörung zu einer Schlichtung. Sie sind für morgen 3 Uhr vorgeladen. Was soll das? Ich vertrete Frau May Sahil-Juan. Es geht um das Regeln der Alimente. Morgen, 15 Uhr, in der Staatskanzlei. Hier ist die Adresse. Der Staatsanwalt ist mit Ihrem Fall betraut. Es wird um Ihren Beitrag zur Unterstützung Ihres Kindes gehen. Sie haben das Recht, einen Anwalt mitzubringen. Wer sind Sie? Ich bin Dr. Paolo Fuller. Ich vertrete Frau May. Der Staatsanwalt hat mich beauftragt, Ihnen diese Vorladung zu überbringen. Um 15 Uhr. Ja. Diese Kopie ist für Sie, aber ich brauche Ihre Unterschrift. Ich unterschreibe nichts. Willst du oben oder unten schlafen? Unten. Nein, du schläfst oben. Oben bekomme ich Angst. Jetzt, wo ich hier bin, weiss ich nicht, wie ich auf ihn zugehen soll. Ich fühle mich gestresst. Es ist sein Territorium. Wie soll ich ihm erklären, was ich ihm seit sieben Jahren sagen will? Es ist hart. Am Abend ruft Mary Ann den Vater von Grace an. Hallo. Hallo, wer ist da? Wie geht es dir? Kennst du mich noch? Wer ist am Apparat? Maria. Maria. Ich bin es, Maria. Erinnerst du dich an mich? Ich wusste, dass er auflegt. Er hat gefragt, wer am Apparat ist. Ich habe zweimal meinen Namen gesagt. Dann hat er aufgelegt. Ich weiss nicht, warum. I don't know why. Wissen Sie wirklich nicht, warum er nicht mit Ihnen reden will? Am nächsten Tag erzählt Mary Ann, dass sich der Vater von Grace am Anfang um seine Tochter kümmern wollte. Sechs Monate lang schickte er ihr Geld. Insgesamt 2'500 Euro. Von dem Geld ist nichts geblieben. Ich brauchte ein Zuhause für die Kleine. Wir konnten doch nicht auf der Strasse leben. Sein Geld ist weg, weil ich Boden gekauft und ein Haus gebaut habe. Wer wohnte in dem Haus? Mein Vater, meine zwei Brüder, meine Schwester, ich und sie. Ich beherbergte meinen Vater, weil er mir fehlte. Ich hatte ihn 14 Jahre nicht gesehen. Auch Grace hat ihren Vater sieben Jahre nicht gesehen. Das ist meine Geschichte und sie ist traurig. Aber damit hat der Vater von Grace nichts zu tun. Ich weiss, es ist nicht sein Problem, aber er könnte es trotzdem verstehen. Mein Vater hatte Krebs und lag im Sterben. Name, Telefonnummer und Nationalität. Es ist alles da. Das ist einfach. Die Handynummer ist die gleiche, die uns Mary-Anne gegeben hat. Der Name stimmt. Also muss das die Adresse sein. Hier ist es. Zoomen wir näher ran. Das muss die Strasse sein. Höchstwahrscheinlich lebt er da. Die Strasse ist ein bis zwei Kilometer vom Dorf entfernt. Es ist ein Skigebiet. Man sieht die Skihänge. Im Internet ist der Mann ein Unbekannter. Es ist nicht viel über ihn zu finden. Nichts. Ich wäre nicht überrascht, wenn er wüsste, dass er, wie soll ich sagen, am anderen Ende der Welt etwas zu regeln hat. Die einen Ausländer leben hier, die anderen nicht. Sind sie hier in den Philippinen, ist es einfach. Wir bringen sie vor Gericht wegen Kindsvernachlässigung. Das Gesetz ist eindeutig. Väter müssen zahlen, egal ob die Mutter ihre Frau oder Geliebte ist. Das spielt vor Gericht keine Rolle. Es gibt zudem eine neue internationale Konvention namens RIMO. Gegen 90 Länder haben sie unterzeichnet, auch die Philippinen und die Schweiz. Die Konvention ermöglicht, Väter in diesen Ländern wegen Kindsvernachlässigung zu belangen. Für Marianne ist es das Beste, den Vater zu finden und ihn mit seiner Verantwortung zu konfrontieren. Paolo Fuller wird Mary Ann bei der Suche nach dem Vater von Grace unterstützen. Sein Engagement hat Gründe. Auch er ist ein Kind der Prostitution. Sein Vater war ein Kunde seiner Mutter. Diese setzte ihn aus. Mit fünf Jahren adoptierte ihn ein englisches Paar. Paolo Fuller ist Soziologe. Er unterrichtet an der Universität von Oxford und an einer Sozialarbeiterschule in Angeles City. Hallo, ich heisse Paolo. Lovely. Lovely. Jay. Jay, Paolo. Ich war gerade in der Nähe. Und mich begrüsst du nicht? Entschuldige. Ich bin Raisa. Ich bin Paolo. Seit zehn Jahren versucht Paolo Fuller, die Beziehungen zwischen Prostituierten und ihren Kunden zu verstehen. Die Männer, die nur Sex wollen, gehen nach Thailand. Dieses Land ist perfekt für One-Night-Stands. Sex-Touristen, die ... ... antwortet sie Prisillas Frage. Es gibt keine Anna in der ... Billig. Schnell. Frauen ohne grosse Ansprüche. Sex-Tourismus in Asien. Auch auf den Philippinen prostituieren sich junge Frauen, um überleben zu können. Viele werden schwanger, da sie sich Verhütungsmittel nicht leisten können. Die Frauen bleiben allein zurück mit ihrem Nachwuchs und ihre Kinder werden gehänselt, weil ihre Haut zu weiss ist. Doch immer mehr Mütter versuchen, die Väter ihrer Kinder zu finden, um sie zur Kasse zu bitten. Manchmal führt ihre Suche sie bis in die Schweiz. Die Geschichte von Mary Ann und ihrer Tochter Grace. Die Geschichte von Mary Ann und ihrer Tochter Grace Sie haben Gesichter, weil sie lebendig sind. Wären sie nicht lebendig, könnten sie sich nicht bewegen. Warum zieht eine so ein Gesicht? Sie ist traurig. Die anderen wollen nicht mit ihr spielen. Das macht sie wütend. Ist dein Vater auch drauf? Er ist da. Was tut er? Nichts. Er liegt nur da. Und das bist du? Ja. Und wenn er dich nicht sehen will? Er tut, was er will. Vielleicht macht er uns die Tür gar nicht auf. Wenn doch, dann können wir endlich mit ihm reden. Ich habe nur vor etwas Angst, dass er noch mal gemein ist zu Mama. Er ist weggegangen. Er hat uns allein gelassen. Irgendwie sie nicht rum masc hears. Das ist okay. Nichts. Ich würde mich nicht mit ihm beschreiben. Entspel